Diese Folge Cinecast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Sax Audio – Your Sound, Your Style, Your Speakers Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast. Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 59. Wir haben bald wieder was Rundes vor uns. Juhu. Und was überhaupt nicht Rundes habe ich gegenüber von mir sitzen. Den lieben Henrik. Hi Henrik. Danke, dass du immer auf meine Figur anspielst. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch, dass wir schon wieder zusammensitzen und aufnehmen. Bei sommerlichen Temperaturen hier? Ja, es ist schon wieder warm. Ja, wieder warm. Aber ich habe schon gelüftet, aber es hilft nichts. Heute ist es mal wieder warm. Aber auch Folgen wollen gemacht sein. Und unsere Folgen neigen ja in letzter Zeit dazu, immer mit Unterstützung stattzufinden. Und deswegen haben wir das auch diese Folge getan und eine Stimme in den Cinecast geholt, die ihr schon das eine oder andere Mal gehört habt da draußen. Diesmal aber ausführlich und nicht aus der Konserve am anderen Ende unserer Studiolink-Leitung, der liebe Peter Dickmann. Hallo Peter. Hallo zusammen. Meier heißt er übrigens. Meier, so viel Zeit muss sein. Hast du Dickmann gesagt? Ja, habe ich. Ja, du bist nicht der Erste und willst nicht der Letzte sein, aber irgendwann boxig. Das ist okay. Das ist ein dickes Ding, du. Du darfst, das ist ein dickes Ding. Das sage ich dir. Ja, das ist ein dickes Ding. Womit wir auch schon einen Folgentitel hätten. Gleich, das ist das erste Mal. Wir sind 50 Sekunden drauf und das erste Mal ein Folgentitel. Ja, also nochmal herzlich willkommen im Cinecast 59, lieber Peter. Dankeschön. Ich freue mich dabei sein zu können. Ja, womit wollt ihr beginnen? Was steht auf eurem Plan? Also, wir fangen eigentlich immer erstmal damit an, dass wir über ein paar News sprechen. Denn, lieber Henrik, lieber Peter, wir hatten nicht so viel, aber es gibt eine gerade... Es war relativ still eigentlich. Ja, es gab ein dickes Ding, im wahrsten Sinne des Wortes. Mal wieder von Disney. Ja. Mal wieder im Bereich Star Wars. Mhm. Und mal wieder ein Spin-Off vom Star Wars, nämlich der Han Solo-Story. Und wieder massenhaft Diskussionen in diesem Internet. Ja, was ist passiert? Der, oder beziehungsweise die Regisseure vom Han Solo-Film, ja, wie soll ich jetzt ausdrücken? Die haben sich aus kreativen Gründen getrennt von Disney. Die erste Schlagzeile, die bei mir durch die Medien ging, war Rauswurf. Mhm. Christopher Miller und Phil Lord, die man aus dem Lego-Movie oder, nein, da kennt man sie nicht daher, aber die haben den Lego-Movie rausgebracht. Und dort haben sie eigentlich auch gerade im Bereich Comedy schon eine gute Marke gesetzt. Und glaube ich, der war verdammt erfolgreich sogar. Und das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Disney gesagt hat, okay, die beiden nehmen wir uns für einen Han Solo-Film. Und, ähm, was man so gehört hat, die haben wohl wirklich sehr viel improvisiert. Und, ähm, scheinbar so ein bisschen kommt es mir vor, als hätten sie vielleicht zu viel improvisiert für Disney, äh, für Disney selbst. Dass sie gesagt haben, äh, nee, das gefällt uns so nicht. Und, ähm, wie heißt sie? Catherine Kennedy? Nee, Catherine Kennedy. Ja, die ist ja sowieso wohl ein bisschen spezieller. Hatte ja auch schon, äh, vorher mal mit, äh, gewissen anderen Regisseuren ein bisschen Probleme. Ja, die haben sich dann halt, äh, von den beiden getrennt und, äh, übernommen hat es ein paar Tage danach schon der gute Ron Howard. Ähm, ja, und was ich gelesen habe zusätzlich war ja noch, dass, äh, Eldon Ehrenreich, der Hauptdarsteller, also der Darsteller des Han Solo, ich nehme hier gerade den, äh, den Minion auseinander, Entschuldigung, wenn das gerade so geknackt hat, ähm, sich wohl auch, äh, nicht so positiv geäußert hat über das, was passiert ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Hat er das? Guck mal, das ist, das ist mir gar nicht... Er hat sich wohl... Ich hab nur gehört, dass er, ähm, Nachhilfeunterricht vom, ähm, Schauspiellehrer bekommen hat. Aber, ähm, erst hieß es, er hätte sich, ähm, er wäre nicht so einverstanden mit der Art, wie, in welche Richtung seine Figur wohl von den, äh, beiden geschoben wird. Von den beiden? Ja. Mhm. Also, was er denn da so tun soll, ähm, hat ihm wohl nicht geschmeckt. Darf ich an der Stelle schon mitsprechen? Selbst immer. Ja, du darfst jederzeit reingrätschen, lieber Peter. Ja, ich, ich frag nochmal, noch vorsichtig. Du hast wahrscheinlich Infos aus der ersten Reihe, du kennst die beiden. Ja, nicht die erste Reihe in dem Fall, aber die Gerüchte, die ich gehört hab, gingen mehr so in die Richtung, man hat diese beiden Regisseure genommen, um diesem Film eine leicht komödiantische Note zu geben, während die wohl gedacht haben, hey, endlich wird aus Star Wars eine Comedy-Nummer. Also, dass das nicht unter einen Hut zu bringen ist, ist selbstverständlich. Ähm, mit Ron Howard, da kann man jetzt vielleicht das Näschen rümpfen, aber ist ein Routine am Werk. Immerhin hat er ja die, die, äh, Dan Brown-Verfilmung gemacht, er hat, ähm, ich weiß nicht, was hat er noch alles gemacht? Ähm, im Arrested Development, da spielt er mit, er macht es selber und spricht sogar den Erzähler, also gerade, ich hab jetzt zuletzt nochmal ein paar Folgen, vierte Staffel gesehen, ähm, also Comedy-Timing kann er, das, das zeigt er in Arrested Development. Ja, ja gut, bei Han Solo würde ich auch den Comedy-Anteil für, nicht unwichtig, aber nicht hauptsächlich halten. Ich denke, wenn das Ding wirklich eine reine Comedy-Nummer wird, dann kann man's abhaken, aber, äh, dass da ein bisschen Augenzwinkern reinkommt, kann da auch keiner was gegen haben. Wahrscheinlich wird jetzt auch Tom Hanks die Rolle spielen, denn in jedem zweiten Ron Howard Film ist Tom Hanks dabei, ne? Die Rolle, welche Rolle? Also, wenn ihr mal die, die, wenn du mal da durchguckst, was der alles gemacht hat, von Apollo 13 bis, äh, Sakrileg, ähm, also ohne Tom Hanks scheint er ja nichts zu drehen, ne? Das bedeutet, äh, Tom Hanks wird den Erzähler, den alten Han Solo spielen. Wir spekulieren jetzt einfach mal wüst drauf los, wenn wir gelügend Gerüchte streuen, wird auch schon irgendeins dabei sein, das stimmt. Mit Sicherheit, ganz, ganz mit Sicherheit. Wobei der Film ja schon sehr weit fortgeschritten war und das meiste war sogar abgedreht und, ähm, Ron Howard hat wohl dann das Material gesichtet und hat aber auch gesagt, dass das schon sehr gut ist und dass man daraus schon sehr viel machen kann. Es werden jetzt wohl natürlich trotzdem Nachdrehs und weitere Drehs noch kommen, um das anzupassen, so in die Richtung, wie es gerne, sagen wir mal, Ron Howard oder halt Disney haben möchte. Und das Ganze soll sich, glaube ich, dann noch jetzt ein, zwei Monate hinziehen. Also sie werden mit dem Drehplan so zwei Monate im Verzug sein, wollen aber trotzdem den Film schon, und das finde ich bemerkenswert, weil das da hier hatten sie bei Episode 8 auch versucht, ähm, den Film noch bis Mai rausbringen. Also nächstes Jahr im Mai soll er schon kommen, das sollte Episode 8 eigentlich auch schon dieses Jahr im Mai, was sie dann wieder auf Weihnachten geschoben haben. Und ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob das unbedingt sein muss im Mai, ich fand jetzt jedes Jahr, ich sag mal kurz vor Weihnachten, ein Star Wars Film, das kann man gut machen und das funktioniert ja. 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 Klassisch, ne? Aber, ja, aber die wollen immer in dieses Sommergeschäft, ne? Ich verstehe es nicht, aber scheinbar sind da immer noch die, ja. Die Amerikanischen sind wirklich, es gibt zwei Höhepunkte des Jahres, Jahresende, das Weihnachtsgeschäft und der Sommerfilm, das was in Deutschland sich so eher als Problemzone zeigt, nämlich die warme Jahreszeit, in der selbst klimatisierte Kinos halb leer sind, in Amerika gibt es eben das große Sommerthema, die haben zwei Seasons sozusagen. Und das versuchen die natürlich durch die globale Vermarktung auch im Rest der Welt, also auch in Deutschland, möglichst so durchzudrücken. Du kannst es auch nicht machen, weil durch Raubkopien und lass die Blu-ray vier Monate später in den USA erscheinen, dann wird sich das, wenn der Film dann ein halbes Jahr eher später hat, wäre ja dann ungefähr ein halbes Jahr später in Deutschland rauskäme, das wäre fatal fürs Kino in dem Moment, weil dann, du hast das Bild, du brauchst dann, ja, jetzt sind wir mal in den Hacker-Kreisen, die nehmen dann, machen dann Line-Dub, Mic-Dub oder wie man es nennt, also abfilmen oder nur noch den Ton, mischen den unter und für, ich sag mal, für viele, die nicht Wert auf gutes Bild und hätten sehr sogar, aber guten Ton noch Wert legen, denen reicht das dann. Und die gucken sich dann das so an. Das war bei Episode 1 damals auch so, das weiß ich noch, der kam auch ein paar Monate vorher in den USA und erst später bei uns. Da liefen dann auch die Leute zum ersten Mal mit irgendwelchen CDs, mit irgendwelchen Raubkopien von Star Wars Episode 1 durch die Gegend. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum sie A-Serien heutzutage weltweit gleichzeitig starten lassen oder sehr oft zeitnah starten lassen. Game of Thrones jetzt in Kürze wird wieder das beste Beispiel sein. Und das gleiche ist halt auch bei den Kinofilmen. Also die einzigen, die manchmal noch in Anführungsstrichen die Eier haben, das nicht machen, ist wirklich sogar Disney mit dem einen oder anderen Pixar-Film. Also hier der, wo die im Inneren des Körpers waren. Ich komme gerade auf den Titel nicht, ist zu warm. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, ja. Inside Out. Genau, danke. Ja, Inside Out, der kam sicherlich, ich weiß nicht, vier, fünf Monate nachher erst bei uns in Deutschland in die Kinos. Und Cars ist, glaube ich, auch wieder ein paar Monate, ein, zwei Monate, ich glaube, zwei Monate später, weil der hatte jetzt, glaube ich, irgendwann oder hat jetzt irgendwann Premiere in den USA und bei uns kommt der auch erst im Herbst, meine ich. Also die machen es noch, aber dann meist auch bei so Kinderfilmen, weil scheinbar sind sie sich da sicher. Aber die großen Blockbuster kommen immer gleichzeitig. Manchmal sogar kommen sie ja sogar eine Woche eher in Deutschland als in den USA, wie bei Spider-Man zuletzt. Also, oder, ähm, hier ist Civil War was auch. Ja, es ist leichter, einen Vermarktungsplan global zu machen, als für jedes Land einen eigenen. Und, äh, ich meine gut, vielleicht bin ich oder auch ihr ein bisschen verwöhnt, weil wir die eine oder andere Presseverführung sehen können. Aber ich stehe nochmal nicht auf Augenkrebs, also diese, diese mitgeschnittenen Dinger. Ja, ja. Ähm, ne, also ich, da verzichte ich lieber drauf und warte, bis der Film ganz regulär zu sehen ist. Absolut, sowieso. Ich arbeite ja parallel noch im Kino als Filmvorführer. Äh, ich werde ein Teufel tun, um mir irgendwelchen schlimmen Augenkrebs, äh, Krankheiten mir zuzulegen, wenn ich eine Raubkuppie gucke. Das habe ich vielleicht mal mit zwölf gemacht vor zwanzig Jahren, ähm, wo das noch so hip war und, äh, wo man es mal gemacht hat. Aber, äh, nee, die Zeiten sind noch lange vorbei. Nein, davon gehört hat. Ja, genau. Wir haben alle davon nur gehört. Ich sagte ja gerade, Episode 1, das war so auf dem Kinder-, auf dem Schulhof oder beziehungsweise war ich glaube ich gerade in der Ausbildung, das war so der Shit, wer den Film schon hatte. Da hatte man auch nicht schnelle Internetleitungen, da musste man überhaupt erstmal an den Film kommen. Das war nicht so einfach, aber da fing das so ungefähr an, also das weiß ich noch. Und, ja, heutzutage, zum Glück ist es meiner Meinung nach wieder weniger geworden, ähm, gerade durch die guten, äh, guten Sicherheitsmechanismus, dass man den auch nicht einfach kopieren kann vom Projektor und, äh, irgendwie die, die Abgefilmten, die interessieren mich sowieso nicht. Von daher. Ja, in den digitalen Kinos wird es ja eh nicht so einfach sein, irgendwas abzuzapfen. Zumal für die meisten Filme ja, du wirst es wissen, auch so einen Schlüssel gibt, äh, dass der nur zu bestimmten Zeiten gezeigt werden kann und an bestimmten Zeitfenstern. Und, äh, den mal, wie es früher immer hieß, so ein Vorführer nimmt den mal mit oder kommt abends nochmal in den Laden und zieht sich selber nochmal eine Kopie. Das ist technisch gar nicht mehr machbar. Nee, geht nicht. Absolut. Das wurde auch noch nicht gehackt oder so. Sonst hätte man diese Kopien ja schon im Netz und, äh, nee, das ist schon ein gutes System, was sie sich da ausgedacht haben. Das klappt. Ich meine, das führt natürlich auf der Rückseite auch zu netten kleinen Geschichten, dass, äh, aus ganz NRW Leute zu einer Pressevorführung kommen. Und für diese eine Vorab-Vorführung wird in der Londoner Zentrale der Film Company ein Schlüssel bestellt und die schicken einen den Verkehrten für einen anderen Saal auf ein anderes System und dann sitzt da so ein Saal von Journalisten und sieht nichts, weil nichts projiziert werden kann und dann musst du mal irgendwie frühmorgens jemanden in London finden, der das dir repariert. Kannst dir vorstellen, wie die Stimmung da im Saal war. Also unter Werbung und PR kann man das dann nicht mehr zusammenfassen. Wann war das das letzte Mal, oder wann hast du das mal erlebt? Ähm, das war bei, lass mich überlegen, äh, ganz, mir fällt jetzt, äh, oh Gott, wie hieß der nochmal? Social Network. Ah, Social, ja, okay. Also ich stell dir das mal bei so einem Star Wars vor, das wär der Supergau. Dann hast du den Todesstern im Kino. Ja. Dann explodiert unser Freund Hennes live auf der Bühne. Nein, er spielt sämtliche Episoden nochmal live vor. Ähm, die Zeit zu überbringen. Ja, ja. Ja. Ja, Pantomime ist nicht sein Ding, aber er wird alle Stimmen schon hinkriegen. Das stimmt, das stimmt. Okay, ähm, ja, also das hatte ich mir als, ähm, News so aufgeschrieben, weil das ging doch wirklich so ein bisschen stärker durch die Medien. So ist es. Ähm, habt ihr noch irgendwelche News, neue Trailer gesehen, über die ihr sprechen wollt? Äh, was? Pitch Perfect 3 Trailer. Ja, gut, tut man, es ist bekannt, dass ich jetzt nicht so abgeneigt bin von den Pitch Perfect Filmen. Warum, kann ich gar nicht beschreiben. Die Musik ist gut. Ich fand's irgendwie lustig. Ja. Ähm, aber ich hab noch ein, nee, das war eher Gaming, da kommen wir wahrscheinlich an einer anderen Stelle nochmal zu. Nö, ich hätte jetzt auch erstmal nüscht. Nüschte. Hm, ich auch bin jetzt so, wenn mir noch was einfällt, vielleicht liefere ich nach. Genau, so machen wir das. Was sagen denn unsere Shownotes? Äh, ja, dann, äh, gehen wir direkt mal weiter, bevor wir nämlich über die Filme sprechen, die wir geschaut haben. Ähm, hatten wir ein schönes kleines Gewinnspiel letztes Mal. Mhm. Ähm, da hatten wir einmal einen Face, ein Plüsch-Facehugger. Dann hatten wir die wunderschönen Eier. Ja, das ist besonders gut. Die Alien-Eier, genau. Ach so, die. Ja, und zweimal das Poster oder zwei Poster zu Pirates of the Caribbean. Fünf. Yes. Und, ähm, ich, also ich, ich würde sagen, weil wir die noch nicht ausgelost haben, aber du hattest, glaube ich, die Eier schon ausgelost, oder? Ich hab nur, ich hab die Eier ausgelost, die liebe Anja, Anja N. Hatte geschrieben, die hab ich, ähm, ich hatte aus den Twitter, Facebook und anderen, ähm, weil das ja auch ein bisschen der Preis war, um den ich mich so gekümmert habe, hatte ich das ausgelost. Die Anja hat von mir schon eine E-Mail bekommen, herzlichen Glückwunsch, du kriegst meine Eier. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Hab ich das gerade wirklich gehört? Ja, ach, nein. Wir schneiden das da raus. Und die Gewinner, die anderen drei Gewinner, für den Facehacker und für die zwei Poster, ähm, werden von uns benachrichtigt. Wir bedanken uns da auch nochmal bei unserem Gewinnspielpartner Close-Up, die uns das Ganze zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Die, ähm, das Verschicken, die, ich hatte, ähm, schon gefragt nach der Adresse, das leite ich dir weiter, das machst du, ne? Ist mir egal. Das Zeug ist für, okay. Das ist mir egal. Du hast die Eier hier, du kannst ja auch verschicken. Dann mach ich das. Gut. Haben wir jetzt genug Eiersprüche rausgehauen? Du hast die, du hast die, du hast die niveauvollsten Folgen, wenn Jan so richtig aufdreht, ja gar nicht gehört. In unseren frühen Jahren, als wir noch jung waren, ähm, und der Kai noch dabei war, dann haben wir uns gelegentlich ganz schön hochgeschaukelt an der Stelle. Dann hab ich ja auch mal Glück gehabt. Ähm, nein, ich wollte das Stichwort Pirates nochmal aufgreifen. Ich wollte gar nicht so viel über den Film reden, ich wollte ein kleines Anekdötchen zum Besten geben. Raus, raus. Ähm. Ähm, vorab, du fandest den Film, also wir hatten ja deine Kritik. Unterhaltsam. Genau. Unterhaltsam. Genau. Also, ich fand ihn besser als die letzten Teile und, äh, die Effekte waren fantastisch, ähm, ähm, Java Bardem war natürlich großartig, auch so wie er mit der CGI fertig gemacht wurde. Toll, also, es hat mich beeindruckt. Bilder, die, die, die kleben bleiben. Ähm, spricht man ihn so aus? Ich bin kein Spann. Das klang jetzt gerade so, als hättest du da richtig Expertise. Ich sag immer, ich sag immer, Javier Bardem oder so, aber das klang gut bei dir, also das nehm ich. Dann nimm du das so. Ähm, der Effekt ist ja, wenn, 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 wenn unser einer in den Film geht, gibt's den ja noch gar nicht in der Öffentlichkeit. Das heißt also, wenn da so ein Film anläuft wie Der Club der Toten Dichter, fragt man sich, was kommt da auf einen zu? Oder, ähm, Fluch der Karibik. Da kriegst du so ein bisschen mit. Das ist nach diesem, nach dieser Attraktion in Disneyland ist ein Film gemacht worden und du packst dir ein bisschen an den Kopf und, ähm, denkst, okay, muss ich wohl hin? Besetzung sieht gut aus, scheint ein dickes Ding zu sein, äh, Bruckheimer. Ja, hoffen wir immer auf gute Unterhaltung. Das war ein Tag, als der erste Film, der erste Film in der Pressevorführung gezeigt wurde, war es ein Tag, an dem ich tagsüber selber Dreharbeiten hatte. Eine französische Independent-Produktion hat in Köln gedreht, einen, ähm, nennen wir erst mal sehr außergewöhnlichen Splatter-Film mit Aliens und allem drum und dran und einer Vanessa Paradis in der Hauptrolle und als, äh, einer der Leute, die dort als, ja, kleinere Stars mit dabei waren, Jason Fleming. Ich weiß nicht, ob euch da jetzt ein Gesicht zukommt, äh, Bube, Dame, König, Gras war da dabei, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, so ein rothaariger Brite, Jason Fleming. Und, äh, wir hatten einen netten Drehtag zusammen und, äh, als der vorbei war und ich, äh, so zu Jason sagte, und, ja, also in meinem Stotterigen, Englisch natürlich, was machst du den Rest des Tages noch, ist jetzt Drehschluss? Warte, keine Idee. Sag ich, kommst du vielleicht mit ins Kino, wär doch lustig. Ja, na, so bin ich nun mal. Ich, äh, lad mir gerne Gäste ein. Aber jetzt stell dir mal vor, du gehst in eine volle Pressevorführung mit einem Menschen, dessen Gesicht unter Filmkritikern nicht gerade unbekannt ist. Also, ich konnte mir in dem Moment, als wir da zusammen reingingen, so halbwegs vorstellen, wie das Leben eines Stars sein muss. Also, dass die alle tuschel, tuschel, hier, guck mal da, ist das nicht, das sieht aber aus, meinst du, das ist ja wirklich. Und, ähm, letztendlich hatten wir einfach eine supergeile Vorführung und ich hab gemerkt, dass zum Beispiel Briten ganz anders Filme konsumieren. Die gehen mit. Also, ständig sprang der auf, jubelte, klatschte während der Vorstellung in die Hände, während sich dann auch unsere gediegenen Kollegen, die versuchten, den Film, ein bisschen ins Detail, da müssen wir mal gucken, aufzunehmen. Ähm, und wir tobten dann langsam im Duett, äh, in unserer Reihe da rum und, äh, haben, ja, eine Party da draus gemacht. Und, äh, das nahm dann immer so größere Wellen an. Wir haben so eine Art, ja, La Ola im Zwei-Stunden-Takt aufgebaut. Und, äh, zum Schluss dieser Presseverführung, ähm, war der ganze Saal eigentlich, war da ein großer Teil zumindest, in Partystimmung. Und als wir da wieder rauskamen und die Pressebetreuung uns dann, ne, das erste Mal so richtig registrierte, ähm, hat sich, glaube ich, auch verstanden, warum wir so ausgelassen waren. Weil eben, ne, meine Begleitung an dem Abend, ähm, die britischen Sitten eingeführt hatte dort. Und die waren, ne, es macht Spaß. Man muss sagen, es macht Spaß. Und, ähm, ja, die Kölner Pressevorführungen sind auch immer was Besonderes. Postevorführungen generell, finde ich, manchmal ein bisschen zu trocken. Man muss da ja nicht rumtoben, ne, man ist ja keine, ist ja nicht zwingend eine Fanveranstaltung. Aber, ähm, aber, ja, hm, die Kölner Kollegen haben auch bundesweit einen besonderen Ruf unter den Pressebetreuern und Filmcompanies. Hm, sie gelten als besonders. Wie soll man sagen, kritikfreudig, ähm, ja, spaßbefreit und das bei Kölnern, ne, die ja nun eigentlich auf ihrer Fahne stehen haben. Ja, wir sind hier drauf. Also, wenn Kölner zweimal hustet, dann wird geschunkelt, ne, ist doch klar. Ähm, nein, also, und die Kritiker, also, die verstehen dieses Wort wirklich nur in der, in der ureigensten, simpelsten, eindimensionalsten Form als kritisieren, kritisieren, ich muss kritisieren, gib mir was zum kritisieren, ich finde auch was zum kritisieren. Ja, manchmal macht's einem so ein bisschen die Laune kaputt. Und nach manchen Filmen, aus denen ich wirklich euphorisch und begeistert rauskomme und dann im Licht die ersten Gesichter sehe, dann beurteile ich immer so, ob ich mich noch unterhalten möchte oder ob ich den Tag retten will, indem ich mir die Laune nicht verderben lasse. Ist es ein bisschen verallgemeinert, aber ich denke, das kennst du auch, ne? Ja. Bei manchen Filmen möchte man gerne, boah! Und dann sieht man manche Gesichter und merkt, mein Gott, was ist dem passiert? So war's ja auch ein bisschen bei Book One, wie wir danach da ja dann mit Hennis und so zusammenstanden, wir waren alle begeistert, haben auch über die geilen Szenen oder über coole Szenen gesprungen und im Nachfeld hab ich dann halt aber auch von den Kollegen, auch die dort waren, mal so deren Kritiken entweder angeschaut oder angehört, die waren, die waren auch deutlich skeptischer bei den ganzen Geschichten, wo ich dachte, boah, ich hatte den Spaß und irgendwie die haben alles auf die, gefühlt, wirklich jede Kleinigkeit auf die Goldwaage genommen, ne? Ja, naja, alles kritisiert. Ja, ich hab nichts gegen eine gute Analyse, eine gute Kritik, aber rumnölen, das muss nicht zwingend sein, den Spaß verderben auch nicht und wenn man ein bisschen Ahnung davon hat und dafür muss man sich eigentlich nur mal so einen Abspann auch nur sich vorbeiziehen lassen, wie viele Leute da einen verdammt guten Job gemacht haben, über Jahre hinweg und dann ist da irgendwas, was ich mit Zähnen und Klauen mir rauspicke, wo ich sagen kann, oh, das hätte ich mal besser hingekriegt oder da finde ich irgendwas dran, dann machen die daran alles fest und ziehen das Ding runter, also so muss man sich den Spaß auch nicht verderben, oder? Ne, das stimmt. Ich weiß gar nicht beim Fluch der Karibik 1, wann damals dort die PV war, weil zu der Zeit haben wir noch keinen Podcast gemacht, da waren wir noch gar nicht involviert. Ich hab ihn aber damals in einer normalen Sneak gesehen, der lief ohne Flanx in einer normalen Sneak-Preview bei uns, zwei Wochen, 14 Tage vor Kinostart. Und, war geil? War geil, das war der Hammer. Ja, war ziemlich großartig. Über das Personal hat sich rumgesprochen, dass der und der Film kam und der Saal war natürlich brechenvoll, als hätte man es gewusst, gut, die Sneak läuft immer ganz gut, aber an dem Tag war es natürlich noch voller als sonst. Und, äh, ja, also ich glaub, das würde er heutzutage in Disney oder so niemals machen, einen Triple-A-Film in der Liga in einer normalen Sneak zwei Wochen vorher im, Anführungsstrichen, popeligen Lippstadt, oder wahrscheinlich haben sie in Deutschland weit überall in der Sneak gespielt, äh, das zu machen, ne? Aber beim ersten, da waren sie wahrscheinlich auch so sicher, durch die Mundpropaganda ist das eher förderlich und mal gucken, wie der überhaupt ankommt. Wie du sagtest, es ist ein Film von Bruckheimer, die eigentlich immer ganz gute Actionfilme oder gute Filme waren, Abenteuerfilme. Ähm, ja, wir versuchen es und lassen es drauf ankommen. Und, ähm, manchmal finde ich es halt, da kommen wir gleich auch nachher noch bei unserem Mainstream-Thema, wenn wir über dich ein bisschen reden drauf. Ich finde es manchmal schade oder krass, jetzt, ich weiß gar nicht, jetzt vor kurzem war es bei einem Film, da lief die Pressevorführung wirklich am Abend vor Filmstart. Und da denke ich mir, oh, da haben sie aber richtig Vertrauen in ihr Produkt. Ich weiß nicht, ob es bei den Mumie sogar war, äh, oder Wonder Woman, irgendwie in einem dieser letzten Blockbusters, dann war es so, dass die PV ein, zwei Tage, oder ich glaube, am Abend davor war. Und das ist schon traurig, oder? Und dann musst du noch ein Embargo unterschreiben, dass das gegen die vor Mitternacht irgendwie besprochen werden darf bei Facebook. Kein Wort. Ja, 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 ja. Also, äh, ist, äh, ist, äh, ist intern für mich, äh, wenn jetzt jemand zuhört, der in dem Business arbeitet, äh, bitte verzeihen, ähm, ähm, aber für mich persönlich ist das immer ein Zeichen, dass da irgendwie Müll vermarktet wird. Manchmal ist es nicht so. Ich habe auch Ausnahmen erlebt, aber es ist leider zu häufig so gewesen, wenn man das Ding wirklich vorher nicht, ähm, publizieren will über Medien, über, über Fans, über, über Kritiker, dann will man es eher verstecken. Mhm. Und, äh, weil sonst, ähm, sehe ich da eigentlich keinen richtigen Grund für. Es gab auch Filme, da hat man von vorn, nicht, was heißt von vornherein, irgendwann gemerkt, wir zeigen es gar nicht mehr. Mhm. Also, also, das Ding hat so viel Eigendynamik aufgenommen. Beispiel Titanic seiner Tage, da wurde ja drei Jahre darüber berichtet, weil die Dreharbeiten kein Ende nahmen. Und nachher, als der Film dann fertig war, wurde eine wirklich handverlesene, kleine Gruppe von Leuten rausgepickt, die den Film sehen durfte. Das sollte eine besondere PR-Maßnahme sein, der Rest sollte neugierig bleiben. Fand ich jetzt, hm, wie soll ich sagen, schon ein bisschen doof. Oder, äh, nimm die Sachen von, äh, Til Schweiger, der seine Filme nach, nach seiner, äh, Direktive gar nicht mehr der Presse zeigt, weil die ja schon mal meckert, ne? Ja, okay. Ist nicht schlecht für jemand, der von der öffentlichen Filmförderung sich die Filme finanzieren lässt. Aber mit Kritik will er da nichts zu tun haben, weil es gab wahrscheinlich auch Kritiken, die, äh, bei Schweiger würde es mich nicht wundern, einfach drauf rumgeprügelt haben, was jetzt nicht sein muss. Aber, äh, man hat ja Spaß dabei, ihm einen mitzugeben, ne? Also, er bietet genügend Angriffsfläche und es ist ja auch nicht simpelig, wenn es ums Zurückverteilen geht. Genau, ich glaube, manchmal ist es eher das Problem des Einsteckens bei ihm, ne? Also, dass er selber nicht einstecken kann, aber gerne austeilt. Also, das hat man beim, beim Böhmermann auch gesehen, da war er sehr dünnhäutig, anstatt das mit Humor zu nehmen. Also, das, das ist, glaube ich, nicht ganz so sein Steckenpferd, im Gegensatz vielleicht zu anderen Kollegen. Oder, ich weiß nur, bei der letzten, ich weiß gar nicht, das war bei einer Joko und Klaas, glaube, äh, beste Show der Welt, da war dann Schweighöfer wieder mit dabei und, ähm, genau, die mussten die Wahrheit sagen oder halt irgendwas ekliges essen. Das war so der Grundtenor dieses Spiels. Und dann wurde halt auch, äh, Schweighöfer gefragt, ähm, irgendwie nach dem, also, ich weiß nicht mehr genau die Frage, aber, ähm, ob, ähm, ob er mit Schweiger oder ob Schweiger wirklich ein sehr problematischer Kollege ist. Und dann, allein, du sagst, sein Gesicht und, und dann, dann ging er sofort direkt zu dem, was er dann essen oder trinken musste. Und da war natürlich klar, was die Antwort war, ne? Weil, klar, hätte er sonst, hätte er keinen, also, scheinbar gab's auch Probleme zwischen den beiden, die ja auch viel zusammen gemacht haben. Jetzt nicht mehr, also, es wird auch wohl seine Gründe gehabt haben, hab ich da rausgelesen. Also, von daher, ja, das ist scheinbar so, der gute Mann. Aber der kann ja mit seinen Töchtern jetzt Filme drehen mit Conny und Co. und so weiter. Mhm. Damit verdient er ja auch Geld. Ach, ich will den nicht runtermachen, wirklich nicht. Er macht Filme, die, die ganz vielen Leuten Freude bereiten und schlecht sind die jetzt auch nicht im Sinne von, ne, äh, dass er da Müll abliefert. Geschmacklich liegen wir ein bisschen auseinander. Ähm, ich mein, mit diesem Beispiel, was du gerade gesagt hast, zeigt, dass Schweighöfer eigentlich ein guter Schauspieler ist. Er beherrscht es, etwas zu sagen, ohne zu sprechen. Mhm. Also, ich denke, es gab nur einen Blick und dann hat er die Richtung gewechselt, Richtung, ne, Buffet. Und, äh. Richtig, also. Und das ist, das ist, das ist die hohe Kunst, die ein guter Schauspieler draufhaben muss. Der sagt ja alles, ohne, so wie ich, die ganze Zeit zu labern. Aber ich hab ja hier kein Bild, in das ich reinlächeln kann. Du kannst uns gerne einen zukommen lassen, wir brauchen eh eins fürs Cover, da kannst du dann besonders schön reinlächeln. Ja. Na, besser nicht, äh, das hängt noch im Schrank und muss die Motten vertreiben. Oh, egal. Um ein bisschen dann an der Stelle gleich den Fluch der Karibik, ähm, Hype aufzunehmen. Wir sind ja damit quasi in unserer Review. Genau. Dann können wir, glaube ich, zu dem nächsten Thema übergehen. Möchtest du was auswählen aus deiner Liste, lieber Jan? Ich, ich, ich wähle was aus. Ich fange vielleicht mal heute mit was ganz Kurzem aus, wo ich nur ein kleines Update zu geben will. Ähm, ich schaue momentan ganz gebannt Woche für Woche von dem guten Herrn Lynch, äh, Twin Peaks. Und, also, wer jetzt von unseren Zuhörern Folge 8 schon gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche. Also, der Mann, äh, ist speziell, das war klar, aber er scheint wirklich komplett alle Freiheiten zu haben in dieser Serie. Das hat eigentlich nicht mehr viel, also, viele waren gerade Fans von der ersten Staffel Twin Peaks. Ähm, nee, die Staffel 3 ist eher Richtung zweite Staffel und noch viel bizarrer. Also, es geht eher Richtung Mulholland Drive oder solche Geschichten, die man von ihm aus dem, aus dem Kino kennt. Das, wie gesagt, bündelt er momentan und kanalisiert er momentan komplett in Twin Peaks rein. Also, das ist schon sehr, sehr speziell. Also, ich bin auf die Ratings später auch mal in den USA gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass die runtergehen, wobei das dem Lynch sowieso in dem Moment, glaube ich, egal ist. Ich finde es halt aber trotzdem zum Teil genial, was er macht optisch und auch mit, also, wie er, was er darstellt. Ich sage nur das Stichwort Atombombe, also, ganz großes Kino im TV-Format, das kann ich schon mal so weit sagen. Aber man muss, man muss sowas gucken können. Also, Lynch ist speziell. Wir haben es an der Stelle ja in der letzten Folge schon angefangen. Da hatte ich gesagt, ich will das noch mal nach und vor allem, ich würde gerne noch mal vorne anfangen. Da dann noch mal lieben Gruß an den Olli an der Stelle. Vielen Dank für den Hinweis, den du mir geschickt hast bezüglich, wo ich was gucken kann. Streaming, ne, irgendwo. Ja, und ich war nämlich gar nicht drauf gekommen. Also, dir noch mal vielen Dank, Olli. Der kümmert sich ja immer, ne, Schattenredaktion. Wo warst du, in Amazon oder Netflix? Netflix sogar, ne? Netflix sogar. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich werde das tun. Und vor allem, der Jan ist so begeistert. Dann weiß ich immer, das muss ich auf jeden Fall mir dann noch mal geben. Ich weiß aber auch, dass das bei mir in Binge-Watching dann ausatmen wird. Wenn mich das huckt, dann, ähm, werde ich das wahrscheinlich tun. Also, hast du die ersten zwei Staffeln gesehen damals oder auch nicht? Okay. Ich hab die erste damals gesehen, aber das ist viel zu lange, ja. Okay, okay. Ja, dann ist Auffrischen nicht ganz so schlecht. Wobei, wie gesagt, es ist halt, es hat halt, gerade die ersten zwei Staffeln haben halt einen gewissen Kultfaktor. Ähm, weil es mal ganz was anderes oder sehr skurril auch ist. Die erste Staffel ist ja wirklich noch sehr geerdet, aber in der zweiten vor allem. Und jetzt in der, wie gesagt, in der dritten Staffel legt er da deutlich noch eine Schippe oder ein, zwei Schippen drauf. Und, äh, ja, ich mag auch. Was für mich dringend verkehrt ist. Ich mag auch Kyle MacLachlan, glaube ich, wieder ausgesprochen, hoffe ich. Ja. Den mag ich auch sehr gerne sehen und freue mich, dass er da jetzt nochmal so ein kleines Comeback-Revival bekommt. Und, äh, ja. Also, guckt's euch, ich weiß gar nicht, Peter, hast du da was von gesehen oder überhaupt nicht Twin Peaks-Fan oder? Doch, also, ich gehöre zu diesen alten Menschen, die Twin Peaks damals bei der Erstausstrahlung gesehen haben, beziehungsweise das war eine Serie, die hab ich mir aus den Staaten auf Disc schicken lassen, äh, mitgeschnitten, ne. Die wurden damals ausgestrahlt und, äh, man konnte die, ähm, sich sozusagen, äh, runterziehen bei den Sendern. Und die hab ich mir schicken lassen, hab die mir angesehen. In der englischen Fassung bin ich ein bisschen wahnsinnig geworden. Mein Englisch war damals, äh, noch nicht so toll wie jetzt, ähm, aber, äh, ich hab gemerkt, was da drin steckt am Potenzial. Und dann hab ich die, die mir im Fernsehen angesehen, nachher auch die, die DVDs gekauft. Ähm, und du kannst die so oft sehen, wie du willst. Du wirst immer wieder irgendwie neue Aspekte entdecken und, ähm, je mehr du auch dich vom Film löst in andere künstlerische Bereiche hinein oder, oder Einflüsterungen bekommst von Leuten, die sich mit Musik, mit Bildender Kunst, mit, äh, mit Geografie oder mit, mit amerikanischer Kultur generell irgendwie auskennen oder besser als man selber, bekommst du immer Impulse, die dir den Blick verändern und du wirst immer wieder neue Sachen entdecken. Lynch ist mehr als nur ein Filmemacher. Das kann man nicht anders sagen. Für den ist Film eines von vielen Medien, äh, ist vielleicht der filmende David Bowie, während der Bowie, David Bowie immer ein auch mal filmender Musiker war. Aber ich seh die näher beieinander als, äh, als zum Beispiel ein Lynch und, äh, irgendein anderer nur Regisseur. Michael Bay. Ja, Michael Bay zum Beispiel. Du bist ein Böse. Ja, den hatte ich jetzt nicht auf der Regieliste, aber ergeblich kriegt er einen Credit. Nein, Spaß beiseite. Nein, aber, ähm, nein, ich hab die neue Staffel mir noch nicht angesehen, ähm, für sowas, weil es ist, glaube ich, auch anstrengend, oder? Ja, ja. Nehme ich deinen Worten. Brauche ich auch einen speziellen Moment und eine spezielle Zeit und das ist ja auch nun mal eine ganze Staffel. Und wenn ich einmal drin hänge, dann brauche ich den Blog auch, ne? Da kann ich nicht sagen, ja, nach einer halben Staffel oder einer halben Folge machen wir mal eine Pause, wird wahrscheinlich nicht klappen. Ja, das Schöne ist halt, das ist wieder so eine Serie, äh, ich find's gar nicht so schlecht, dass ich's jetzt so wöchentlich gucke, weil wenn eine Folge gelaufen ist, geh ich dann erstmal in die, äh, Foren, wo dann die lustigsten Theorien oder Vergleiche gezeigt werden oder auch nochmal querverweise erklärt werden, was er eventuell, was ich vielleicht nicht im ersten Moment gemerkt habe, was es vielleicht mit der früheren Folgen noch irgendwie zusammenhängt und solche Geschichten. Also, ich glaube, sonst wäre ich, ohne das manchmal so ein bisschen noch nachzulesen oder mir mal von den einigen oder anderen Freaks in dem Bereich noch einen Tipp geben zu lassen, äh, wäre ich manchmal echt ein bisschen aufgeschmissen, glaube ich. Kannst du dir vorstellen, wie das vor, wann war das? In den 90ern, ja. In den 80ern, frühen 90ern? Ich glaube, 91, meine ich hab ich so gehört. 91, kann gut sein, wie das da ohne Internet war, wo du dich bestenfalls bei irgendeinem guten Kumpel, der gerade in Hollywood ist, irgendwie quer informieren konntest, was man dort in den Fachzeitschriften liest darüber. Und der textet dich dann da dazu zu und macht dich damit fertig. Und du verstehst dabei genauso wenig. Wobei, ich finde Staffel 3 noch deutlich, also das ist wirklich, da übertreibe ich nicht, das ist deutlich krasser. Also, Staffel 1 und 2 kann man echt noch gut, gerade erste sowieso meiner Meinung nach, da ist der Mystery-Effekt oder Aspekt eh relativ klein. Ich glaube, es waren ja auch nur 8 Folgen, die erste Staffel. Aber in Staffel 3, da gibt's allein mindestens jetzt von den 8 Folgen, 2 Folgen, die so skurril sind, äh, dass es echt schwer ist, da hinterzukommen, was er uns damit sagen will, wenn man, wenn man entweder nicht richtig gut drauf ist oder das mehrfach guckt oder nicht, so wie ich halt mal, noch ein bisschen, äh, Randlektüre dazu zieht. Sekundär-Material. So ist es, ja. Die großen Serien haben davon immer profitiert, ne? Es war, ich fand auch bei Game of Thrones wurde das viel gemacht. Früher bei Lost wurde immer viel nachträglich gelesen. Ja, da gab's den Querverweis mit der Nummer und so. Es sind ja auch viele Nerds unterwegs, jetzt gerade auch bei Game of Thrones, merkt man dass da haufenweise Podcasts auch in der englischsprachigen Welt, die so tief in diesen Geschichten stecken, die Dinge gesehen haben, die mir auch beim zweiten Mal gucken dann nicht aufgefallen sind. Also da ist, ähm, da kann man gerade bei so schrägen Sachen, kann man durchaus mal, ähm, sich da reinhängen. Es ist ein Riesenvorteil, das wollte ich damit eigentlich andeuten, äh, dass man jetzt die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, zu informieren, äh, und nicht, nicht an irgendeiner Stelle, an der man selber vielleicht gerade mal, ne, den, den Sprung nicht hinkriegt, den Schritt nicht schafft, irgendwas nachzuvollziehen, nicht alles irgendwie in die Ecke kloppen muss, um zu sagen, ja, nee, scheiße, was soll ich damit, ähm, passiert da leider zu schnell. Ähm, so, wunderbar, kann man sich informieren, kann man in die Kommunikation treten, kann man Material sich aneignen und, und, äh, bleibt am Ball, weil es lohnt sich ja. Es lohnt sich ja auf jeden Fall. Und, äh, eigentlich spricht es nur wieder dafür, dass, dass Lynch sich weiterentwickelt hat und, äh, seiner Linie treu bleibt, weil, wie du schon gerade gesagt hast, mal Hall & Drive und, und, und solche Filme oder Crash, ähm, ähm, haben ja schon gezeigt, dass er eigentlich an der üblichen Erzählweise wenig interessiert ist. Ja. Ich hab echt erst überlegt, mein, mit meiner Frau zusammen Staffel 3 zu gucken und ihr irgendwie eine Zusammenfassung von erst mal in Staffel 3. Mutig. Ja, hab ich dann sein lassen. Also, ich war jetzt im Nachhinein auch komplett froh, weil die hätte mich für bescheuert erklärt, hätte sie die ersten Folgen mitgeguckt. Also, das, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und, ja. Ja, die schickt dich zum Impfen. Ja. Ähm, ja, apropos Serien, vielleicht auch da der kleine Hinweis zur nächsten Folge 60. Da wird uns, äh, wohl der Marco Riesch von Nerdkultur wieder besuchen. Da werden wir mal ein bisschen ausführlicher zum Start von Game of Thrones über diese Serie, die wir gerade schon angeteasert haben. Exakt. Kleiner Hinweis gerade für unseren, äh, Freund, dem Olli, der ja da sehr affin auf Game of Thrones ist. Genau. Und dann hänge ich auch gleich bei der Gelegenheit, weil Olli sich ja auch, ähm, sehr positiv zum Thema Live-Szene Cast geäußert hat. Wir überlegen ernsthaft diese Folge dann auch als, äh, Pilotfolge mal für unser Live-Konzept zu nutzen. Ähm, zum Thema Live-Hören und so weiter sage ich dann aber gleich noch was. Also, könnte sein, dass wir dann auch für den Olli direkt, ähm, dann quasi auch live sind. Ja, ähm, dann, weil wir gerade bei Serien sind, frühstücke, ich auch noch was Schnelles ab. Und zwar haben wir ziemlich genau vor einem Jahr, auch genau vor zehn Folgen, 49, habe ich das letzte Mal drüber gesprochen. Son of the Preacher, man. Das war mit, äh, da war der Max, äh, der Rockstar war hier. Das war die Folge, da habe ich zuletzt, glaube ich, über Preacher gesprochen. Und, äh, für Preacher ist die zweite Staffel gestartet. Und ich werde hier meine Aufforderung an euch, wenn ihr Bock auf schräges, ähm, blutiges Seriengedöns habt, äh, noch mal loswerden und noch mal zwei Daumen echt hochhalten für, ähm, für Preacher. Läuft bei Amazon Prime. Hast du schon durch? Äh, sind jetzt drei Folgen draußen und ich habe zwei gesehen. Immer dienstags kommen die neuen Folgen. Die dritte Folge ist, glaube ich, draußen. Ich habe zwei gesehen. Ich bin diese Woche noch nicht dazu gekommen. Ich war unterwegs und deswegen habe ich es noch nicht, äh, geschafft. Aber, ähm, es ist, es beginnt gleich wieder mit, ähm, also gleich die erste Folge ist gleich wieder ein ganz wunderbarer, ähm, Einstieg in wie schräg kann man Dinge tun, ähm, für die, die es dann gucken werden oder schon gucken oder geguckt haben, die jetzt hören, äh, ich sag nur Benzin absaugen und, äh, die dazu notwendigen Schläuche. Also eine ganz großartige Geschichte. Ich habe es, ähm, wieder gefeiert an der Stelle. Also auch hier noch mal von mir die Empfehlung für Preacher bei Amazon Prime. Da müssen wir auch mal langsam irgendwie mal gucken, was wir denen an Hörern und Zusehern schicken. Die sollen mal ruhig was raustun. Amazon. Hallo Amazon. Lieber Onkel Bezos, hier wird Werbung gemacht. Also wie gesagt, das muss man ja den, äh, beiden lassen. Amazon oder gerade Netflix macht das sehr vorbildlich. Äh, die versorgen uns ja immer schön mit Screenern zu allen möglichen Serien und Filmen. Genau, bei Netflix dürfen wir auch, ähm, als, ähm, in Anführungszeichen. Wo wir auch schon, also in dem Falle jetzt Daniel und ich dann über die letzte Filmkritik schon zuletzt hier diese Wrestling-Serie mit den Damen. Gypsy? Nee, nicht Gypsy war das mit, äh, mit, äh, mit der anderen, äh, mit, wie heißt denn die Blonde? Von Ring. Ja. Äh, Naomi Watts. Genau. Und das andere war Glow. Genau, diese Wrestling-Serie mit den Damen. Die beiden Serien hatten wir auch mal durchgebinged über Netflix. Ja. Okay, ähm, gut. Äh, Peter. Peter, was hast du noch gesehen? Worüber möchtest du reden? Ich weiß nicht, wenn es euch nicht so profan ist, habt ihr die letzte Staffel Sherlock gesehen? Ja, wahrscheinlich auch schon darüber gesprochen. Es ist nicht profan. Wir können, aber wir können darüber, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich habe zwei von drei Folgen. Ich muss es mir aufbewahren für meine Frau. Ähm, okay. Äh, aber ich glaube, auch da wirst du Probleme. Naja, ich kenne deine Frau ja nicht. Nein, nein. Nein, Entschuldige. Ich, nein, ich, 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 ich nehme, ich nehme diesen Halbsatz sofort zurück, weil es ist natürlich völlig blödsinnig. Was ich sagen wollte, ist Erwartungen, die aus den ersten Staffeln entstanden sind, dass es um eine modernisierte Fassung der berühmten Sherlock Holmes Kriminalfälle nur noch geht, ähm, werden, ja, man kann nicht sagen enttäuscht, aber sie werden erweitert um, um psychologische Dimensionen, narrative, äh, Dimensionen, die die Serie bisher so noch nicht gehabt hat. Und, äh, es wird anstrengend. Es wird verschachtelt. Es wird, ähm, ähm, es wird zu einem großen, großen Subtext über soziale und gesellschaftliche Verhältnisse und, äh, vor allem über die Psychologie, dieser Figuren, die ja nun hinlänglich seit, äh, gut 100 Jahren bekannt sind aus der Literatur und diversen Verfilmungen und bekommen komplett neue Aspekte, inklusive aller Sachen, die die Serie vorher schon hatte, nämlich augenzwinkernde Zitate aus den Originalen zu neuem Leben in anderem Licht erwecken. Und das ist wirklich streckenweise, also ich hab einige, einige Male gedacht, ob ich die Folge bis zum Ende durchgucken soll oder ob ich an einem, an einem frischeren Tag nochmal von vorne anfange, weil es ist teilweise sehr anstrengend. Ähm, aber man, man muss sich den Schlüssel auch dazu erarbeiten, auch dank Foren gibt's da Möglichkeiten, äh, Zugänge zu finden, denn, ähm, ein Schlüsselwort ist am Ende der letzten Staffel gefallen, als, als Holmes, ähm, ähm, mit den Worten, ich bin ein, was war er, äh, oh Gott, wenn ich Zitate besser behalten könnte, ein hochfunktionaler Soziopath, glaube ich, sagte. Und, äh, in dieser Staffel beweist er es im Grunde genommen. Und, ähm, er macht es nicht nur freiwillig, sondern auch unfreiwillig, diesen Beweis anzutreten. Denn er wird auch genauso manipulativ gesteuert, wie er es bei anderen versucht. Ich will, ihr merkt, ich will, ich will, ich will nicht, ich will nicht spoilern, weil es, es ist wirklich die Crème de la Crème des, des Writings, des, des Storytellings, ob man's mag, ist eine andere Frage. Ne, wer sich, ja, Entschuldige, aber wer sich aufs, aufs nette, gemütliche, altviktorianische, ne, äh, Räuber- und Gendarmspiel einlassen will, der darf sich mit anderen Sachen, mit, mit Guy Ritchies, äh, ne, Fassungen beschäftigen. Ist super, aber eine andere, eine andere Nummer. Hier gibt's eine Steigerung. Ich hab die ersten beiden Folgen ja gesehen, ähm, ich fand die zweite zum Beispiel deutlich stärker als die erste, aber auch deutlich komplizierter, genau das, was du so sagtest. Man musste echt sich konzentrieren und alles mitzubekommen, weil es war, wie du schon sagtest, doch schon sehr deutlich verschachtelt, wie Sherlock da durch die Stadt lief, sag ich mal so als Stichwort, äh, mit der jungen Dame, etc. Ähm, die dritte Folge nur für mich, damit ich mich eventuell freuen kann, äh, macht die genauso weiter wie die zweite? Oder, also wo würdest du die dritte Folge im Verhältnis so eins und zwei einstufen, für mich nur mal so als Fact? Ähm, es kommt drauf an, welchen Aspekt du raushebst, dann gibt's entweder eine Steigerung oder eine, eine, eine Rückorientierung an den Anfang dieser Staffel. Auf jeden Fall gibt's, gibt's ein paar ganz, ganz schöne Knaller, was, was, äh, ja Gott, Stichwort Marietti sag ich nur. Ja, ja, okay. Er wird, er wird wieder eine Rolle spielen. Es geht nicht anders. Nur in allen Staffeln hat er schon nicht die ihm von, von Conan Doyle zugeschiebene Rolle nur erfüllt. Da hatten wir ja schon die tollsten Drehs, ne? Also bis hin, dass, 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 äh, Leute Holmes unterstellt haben, es wäre eine von ihm zur Manipulation erfundene fiktive Figur. Das hatten wir ja auch schon, aber, hm, lass dich überraschen. Ich bin gespannt. Stürz dich rein, es lohnt sich. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und wenn nicht, kannst du mich dann für nachher irgendwie anmaulen. Aber ich sag jetzt erstmal. Alles gut. Ich hab nur die, ich hab mal aus Spaß, äh, oder beziehungsweise mein Player zeigt auch immer die IMDb-Bewertung der jeweiligen Folgen an. Und die zweite war sogar mit das höchste, was generell in den ganzen Folgen Sherlock der letzten Staffeln war. Also die muss schon besonders hoch, ähm. Die ist ein Highlight, definitiv. Ja, ja, ne? Das fand ich nämlich auch. Also die hat mir richtig Spaß gemacht. Und ja, du hast recht, sie geht halt in eine Richtung, die vielleicht andere nicht so mögen. Deswegen vielleicht auch die Kritik vielleicht von anderen Seiten. Mag sein, aber ich mag es, wenn's gerade um diese beiden Persönlichkeiten und auch gerade um, äh, nicht zu vergessen neben Holmes natürlich den grandiosen Michael Freeman als John Watson gehen. Ja, fantastisch. Wirklich fantastisch. Wobei die ja wohl auch am Set immer so ein bisschen Beef hatten und sich gar nicht so mögen, was man gehört hat. Ob das stimmt, mag, sei dahingestellt. Aber wäre es schade, wenn's nicht weitergeht. Gut, du weißt jetzt das Ende der dritten Staffel, aber so oder so wäre es wahrscheinlich trotzdem schade, wenn's nicht weitergeht. Das macht halt Spaß. Also, also bisher steht noch das Wort, es soll das Ende sein, aber das hat's nach jeder Staffel geheißen. Und, äh, irgendwann kommt entweder die Idee, mit der man die Darsteller auch überzeugen kann, weiterzumachen, weil nötig hat's keiner. Und keiner möchte sich so einen Ruf jetzt wieder versauen. Aber man müsste denen Qualität bieten, wo sie, wo man ihnen wirklich sagt, passt auf, hier kriegt ihr was, da ist das Ganze noch steigerbar, ist irgendwie komplettierbar. Aber, äh, ein totes Pferd irgendwie weiterzureiten, macht keinen Sinn. Noch lebt es. Noch ist es wirklich vital. Und es ist eine Legende. Ne? Also, diese, diese Verfilmung hat der Legende eine Legende aufgesetzt. Und, äh, Cumberbatch hat damit, äh, damit unter anderem seinen, seinen, seinen globalen Erfolg begründet. Mhm. Danach kamen die großen internationalen Rollen. Vorher hat er hauptsächlich amerikanische, äh, englische, englische Produktionen gemacht. Recht, reichlich. Mehr, als ich selber irgendwann mal gedacht habe. Also, als ich das nochmal mir alles Revue passieren hab lassen, hab ich gemerkt, oh, da war er ja auch bei. Ui, stimmt, hier ist er ja auch drin. Ah, da schon? Mann. Aber, ähm, die dicken Dinger wie Star Trek oder wie Doctor Strange, die hat er bekommen, weil weltweit Holmes ihm bekannt gemacht hat. Sehe ich genauso. Also, ich glaube, das, das weiß er auch hoffentlich zu schätzen. Dass, dass ihm diese Rolle, diesen, diese Möglichkeiten gegeben hat. Das wollen wir mal hoffen. Ich, ich, ich gehe davon aus, äh, sonst wäre er dumm. Und das glaube ich, das ist er nicht. Glaube ich auch nicht. Gut, kommen wir direkt zum nächsten. Ähm, ich hab einen Film gesehen, ein 149 Millionen Dollar Spektakel auf der Leinwand. Was sogar in den USA jetzt erfolgreicher als Batman vs. Superman geworden ist. Weltweit jetzt schon über 700 Millionen Dollar eingespielt hat. Millionen? Milliarden? Ne, Millionen, ne? 700 Milliarden. Fantastrillionen. Fantastrillionen. Es geht natürlich um, äh, die wunderbare, äh, Gal Gadot im neuen Wonder Woman. Yay. Ja. Wunderfrau. Ich, ähm, für die, die es nicht wissen, worum es geht, ähm, es geht um Wonder Woman. Welche Überraschung. Es geht um eine Frau, die als Kind, äh, bei Amazonen. In den Zaubertrank gefallen ist. Genau, bei Amazonen in den Zaubertrank gefallen ist und gegen die Galia, äh, gegen die Römer kämpft. Und, ähm, ja, also ich denke, zur Story brauchen wir nicht so viel sagen. Es spielt halt, vielleicht, das kann man sagen, im ersten Weltkrieg-Setting, ähm, ist die Origin-Geschichte im Endeffekt von Wonder Woman. Der ganze Film wird im Grunde, ähm, umschlungen von, am Anfang und am Ende von Szenen, die wir schon in Batman wie Superman gesehen haben, wo sie halt auch gerade mit Bruce Wayne kommuniziert über ihr, also über ihn per E-Mail. Ähm, da, wo sie das Bild wiederbekommt, wo man sie auch schon gesehen hatte mit Chris Pine im, im, äh, im Batman wie Superman. Da ist mir halt übrigens aufgefallen, dass die auf dem Foto irgendwie anders aussah als dann im Film. Ähm, ja, also in, es ging um Wonder Woman, die, die meisten waren sehr vorsichtig, weil es ist mal wieder ein DC-Film. Und, äh, die haben die letzte Zeit nicht unbedingt, äh, das gehalten, äh, was sie versprochen haben. Lag vielleicht zum Teil aber auch an dem großen Einfluss vielleicht von Zack Snyder. Oder Suicide Squad war ja auch halt wieder so ein Hickhack mit, äh, mit Regisseur und, ähm, Produktion, mit der Produktionsfirma. So, dass, äh, Wonder Woman eigentlich kaum viel verlieren konnte, meiner Meinung nach. Und, ähm, durch das Interesse, das gute Pacing, die gute Hauptdarstellerin, einen tollen Chris Pine, der sehr viel Humor reinbringt und super sympathisch rüberkommt in dem ganzen Film. Ähm, Robin Wright hab ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Die hat halt wirklich im Endeffekt nur am Anfang ein paar Szenen, wo sie halt auf der Insel sind. Bei der Schauspielerin hätte man, ja gut, mehr hätte man halt an der Stelle ja nicht machen können, storytechnisch, aber wäre halt schön gewesen. Sodass ich in der Summe recht positiv aus Wonder Woman raus, na klar, aus Wonder Woman rausgekommen bin. Ja, ich muss mal eben ganz kurz, ähm, ich hör gerade, es ist eine dringende, ich werde gerade... Ist kein Problem, der Peter und ich zerlegen eben, nein, wir sprechen auch über Wonder Woman, weil ich bin, ich bin gleich wieder da. Wir haben ja das im Vorgespräch schon ein bisschen angeteasert, Peter, du meintest ja, dass du ganz anderer Meinung bist als die meisten. Also, nochmal kurz, wenn ich resümieren darf, ich fand Wonder Woman nicht schlecht, es ist immer noch, äh, DC ist meiner Meinung nach jetzt deutlich auf einem besseren Weg, es ist ein grundsolider Film, äh, es ist kein Meisterwerk, aber er macht, er macht Spaß und unterhält, so. Prinzipiell würde ich dir auch nicht widersprechen, ähm, weil die Probleme, die ich mit dem Film habe, ich muss sagen, es sind eher meine Probleme. Ich finde ihn erstmal albern, ich finde die Prämisse schon mal albern, ähm, ich kriege mittelschwere Kretze, wenn ich leuchtende Lassos sehe, die einen zur Wahrheit zwingen, wenn Frauen durch die Gegend rennen und sich nur beim Schmied einkleiden lassen, ähm, nur damit, damit die ganzen Jungs irgendwie geifernd da sitzen und sagen, boah, ich meine heute nicht mehr so schlimm, wie es vielleicht früher mal war. Ähm, ich bin mir sicher, als Wonder Woman, äh, im Comic geboren wurde, ähm, war das junge männliche Publikum einfach auch begeistert von der Textilfreiheit dieses, äh, Wesens und wenn ich an die Bilder der, der, äh, der Fernsehverfilmungen denke, ähm, finde ich, hat sich nicht viel verändert, außer der Ästhetik und in wenigen Jahren wird man den Film wahrscheinlich genauso sehen und sagen, oh Gott, äh, bleib mir weg mit fönfrisierten, äh, Amazonen, die, ähm, im Lederwams, äh, durch die Gegend knüppeln und, ähm, auf einer Insel, auf der unsterbliche Frauen seit endlosen Generationen leben, taucht plötzlich ein Kind auf, ja, natürlich, ist die Tochter der Königin, ja, super, äh, kommt dann auf die Idee, ey, ich glaube, ich muss den Menschen helfen, den Weltkrieg zu beenden, lass uns mal, ach, da fällt ja gerade ein Doppeldecker vom Himmel, nehmen wir den mit so ungefähr, na, die Reihenfolge ist nicht ganz richtig, aber du weißt, wie ich's meine. Es ist mir zu willkürlich und zu wenig, äh, geerdet, kein Grounding drin. Ich bin immer der Meinung, eine gute Story im Kino, die unterhält, darf und soll und kann unglaublich viel Fantasie haben, aber sie muss in sich eine Logik haben, die ich akzeptiere. Und ich sage extra ich, weil ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Leute, die das so annehmen können und im Rahmen dessen sich bestens unterhalten fühlen und mich macht's einfach strubbelig. Ich, äh, ich geb dir recht, der ist unterhaltsam gemacht, die Effekte sind wirklich, wirklich gut, viele CGI und 3D-Effekte noch zu dunkel. Ich weiß nicht, warum, warum, warum Warner das irgendwie nicht hinkriegt, bei den DC-Verfilmungen vor allem, ähm, dieses, dieses, ähm, ja, das alles im Dunkeln zu halten. Ich meine, bei Batman kommt man's ja noch zum Stil erklären, Batman vs. Superman, ne? Ja gut, dass der Erste Weltkrieg nicht in bunt dargestellt wird oder sehr hell, ist wahrscheinlich aber auch schon gewollt in diese Richtung. Ja, aber der Showdown ist ja auch wieder, ne? Ja, okay. Deutlich außerhalb der Sonneneinwirkung. Kann man auch alles, kann man alles so hinnehmen, kann man alles so hinnehmen. Wie gesagt, die Effekte sind toll, ähm, es gibt duper Darsteller in dem Film, äh, Chris Pine, ich geb dir recht, macht einen sehr sympathischen Eindruck. Ähm, es hat aber, es hat aber etwas Comickhaftes, ähm, im Sinne von zu simpel, zu naiv. Für mich. Es gibt Comic und, äh, und, äh, und, äh, Graphic-Novel-Adaptionen, die ich vielleicht nicht per se verteufeln. Es wäre dumm zu sagen, äh, Comickhaft gleich schlecht. Nein. Ähm, ähm, Comickhaft im Sinne von, wir gehen jetzt erstmal von so ganz simplen Dingen aus. Königs, äh, oder, oder, ähm, Götterkinder mischen sich mal ins irdische Geschehen ein und dann hast du natürlich wieder den bösen Deutschen. Diesmal im Ersten Weltkrieg. Welch Variante? Äh, sonst sind's ja immer, ne, WK2, äh, Schergen, die mit Monokel im Auge, die Hacken zusammenknallen und, ne, rumbrüllen. Und das ist immer so, äh, Klischees und simple Eindimensionalitäten. Wer letztendlich der, der das böse ist, war nicht die ganz große Überraschung in dem Film. Ist aber gut gespielt. Ja, ich mag den Schauspieler. Ich komm auf seinen Namen nicht. Ich mag ihn halt. Ich kann ihn nicht aussprechen, das ist das Problem. Ich hab ihn, äh, gestern noch in, genau, ich guck gerade Fargo weiter. Dritte Staffel, da spielt der auch mit. Und natürlich. Großartig. Ja, und Harry Potter natürlich. Da spielt er ja auch den Onkel irgendwas. Ja, ne, ich mag den Schauspieler auch sehr gerne, weil er halt so diese, nicht ganz glatte, allglatte, sondern mehr so diesen schmuddeligen Typen spielen kann, ne? Ja, das ist eben nicht, nicht, ne, Everybody's Darling, Mr. Nice Guy, sondern, ja, ähm, und er kann vor allem solche, solche Charakterumschwünge machen. Unterhaltsam ist der Film, will ich dir nicht widersprechen. Ich sage, ich und Leute, die, wie ich, sagen, könnte's nicht ein bisschen logischer sein, dann wird die Spannung auch mich mehr mitziehen. So, wenn die Spannung daran scheitert, dass ich den Stecker nicht in die Dose kriege, ne, äh, dann ist da bei mir keine Spannung. Dann, dann nehme ich das alles so wahr und sage, ui, toll, klasse, peng, bum, bam, vorbei. Und dann komme ich da raus und daran merke ich es dann auch, auf dem Heimweg kann ich mich an den Film schon fast nicht mehr erinnern. Ich kann die Handlung fast schon gar nicht mehr, ich denke mir immer, ja, war, war, war interessant, Bilder waren, ja, aber der verschwindet sofort, der löst sich sofort auf. Wie zu wenig Tritop in zu viel Wasser. Du weißt, was ich meine, ja? Ich bin ein Kind der 70er und 80er Jahre, deswegen muss ich gerade schmunzeln. Ich habe mich schon mal in der Zwischenzeit wieder von hinten reingeschlichen und euch ein bisschen zugehört, was ihr so bis hierhin, ich habe jetzt natürlich den Einstieg nicht verpasst, nicht mitbekommen. Meine Prügel geht eher in meine eigene Richtung, weil ich sage, ich kann es nicht, ich hatte schon bei den X-Men Probleme, da habe ich mich im Laufe der Jahre dann gewöhnt, dass dein Genschaden nicht zu irgendwelchen Schwerstbehinderungen führt, sondern zu Superkräften. In Ordnung, leben wir es, wie es da gegeben ist, das kann ich inzwischen fressen, weil der ganze Kosmos inzwischen so eine Eigendynamik hat. Weil das kannst du natürlich, genau das, was du dann sagst, kannst du bei verdammt vielen Filmen, ob es bei Transformers ist, bei einer Mumie, die angeblich lebendig wird, gibt es halt vieles, wo du sagen könntest, ja. Mumien werden lebendig, das sag nicht, ich weiß das, ich habe selber zwei, nein, Transformers, ich glaube ernsthaft, ich glaube ernsthaft, es ist die Frage des Zugangs. Das Transformers ist, aus Altersgründen, habe ich nicht die Vorgeschichte, die eine ganze Generation dazu hat. Deshalb tue ich mich da schwer, dass aus dem Weltall irgendwelche Autos kommen und hier zur Weltherrschaft sich in Monster- beziehungsweise Riesenroboter verwandeln. Und sich dann aber auch teilweise so verhalten in der ganzen Ästhetik wie Raubritter aus dem Mittelalter mit Schwert und drum und dran. Finde ich albern. Sorry, muss ich sagen, wie es ist. Ich würde es nie so bewerten, weil das dafür wäre, es ist zu subjektiv. Definitiv. Weil ich will ja keinem Unrecht tun, der daran Spaß hat. Ich habe ganz viele Lieblingsfilme, die keinen Intelligenzpreis gewinnen werden, aber sie machen Spaß und das ist gut so. Nur ich finde da den Zugang nicht, während andere Dinge ich leichter akzeptieren kann. Aber das ist wahrscheinlich immer auch die Frage, wann wurdest du sozialisiert und womit. Und wenn die Teletubbies irgendwann mal Superhelden auf der Leinwand werden, werde ich auch nicht dabei sein. Das war nach meiner Zeit. Oder die Glücksberchis eben, was weiß ich, auf dem Todesstern. Ist alles nicht meins, aber ich bin auch ein alter Sack. Und du, ja, apropos alter Sack, lieber Henrik, du hast doch auch Wonder Woman gesehen. Ja, wir haben ja direkt danach noch auf dem Weg nach Hause, haben wir noch telefoniert sozusagen nach der Vorstellung. Und ich war, wir hatten ja in der letzten Folge geraten, was wir denn glauben, was da können. Und es hat sich für mich bewahrheitet. Er geht für mich als Sieger im Moment in diesem DC, ja, in dem Gerangel um das vermeintlich erfolgreichste und vor allem auch gut umgesetzte Franchise im DC-Universum raus. Ich glaube, er kann was. Er ist, er hat so, ähm, so Seichtheiten, die in den ersten 20 Minuten auf dieser Insel stattfinden, die, mit der ich so ein bisschen, mit der ich so ein bisschen gehadert habe zwischendurch, weil es tatsächlich etwas sehr seicht ist, bis das dann sich auflöst in Richtung dieser, ähm, der, der, ähm, in Anführungszeichen Kampfszene am Strand. Ähm, der gesamte Mittelteil, also dieser ganze, dieser ganze, äh, ähm, äh, Frontteil hat viel, hat so einen schönen, hat so einen schönen Rhythmus, so rauf und runter, ist ja auch so ein bisschen mit dem einen oder anderen One-Liner, ähm, durchzogen, der einiges kann, meines Erachtens. Alles in allem, würde ich sagen, echt, äh, ordentlich, ähm, hervorragend besetzt, wir haben's schon gesagt, ähm, wahrscheinlich Robin Wright, ähm, Gell, ähm, Gell Gabbard ist ein Beauty-Sondersgleichen. Also, gut, sie, ähm, ist ja auch, ähm, Miss Israel vor zig Jahren gewesen. Ja. Und sie war beim, vielleicht ein Random-Fact und Fun-Fact oder wie man's nennen möchte, vielleicht eher random. Äh, die gute Dame war auch beim Militär, beim israelischen Militär und hat wohl auch irgendwelche Einsätze geflogen, ne, nicht geflogen, aber irgendwelche Einsätze mitgemacht und aus diesen Gründen... Die ist actionlastig. Nee, aus diesen Gründen, äh, jetzt helft mir mal, gegen wen, das ist politisch, äh, gegen wen schießt, im wahrsten Sinne des Wortes Israel, gegen welches Land? Irgendwo da auch da unten. Und die Länder haben... Spiele? Ja, genau, kann gut sein. Also, die haben dann sogar den Film, äh, explizit nicht im Kino gezeigt, weil Gell Gabbard nur die Hauptrolle spielt. Weil sie, weil sie dabei... Und sie damit wohl beim Militär damals damit involviert war. Aber du hast ja bei ihr die ganze Zeit das Gefühl, zwischendurch nach dem Pause-Button suchen zu wollen, und mal kurz ein Standbild, nur mal so vorübergehend... Sitzesmo! Ja, das macht nichts. Ich finde wirklich, äh, es trägt halt... Das ist die Rolle. Ja, eben, es trägt in der Rolle, es funktioniert eben einfach, es trägt durchgehend. Wir haben die deutsche Version gesehen. Peter, hast du, hast du ihn in Englisch gesehen? Ich kann's dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Okay, weil... Ich weiß nicht, ob's Aguil gelegen hat, aber, äh, sagen wir mal so, ihre Varianten, was den Bereich über ihrer Schulter angeht, Mimik, also, ähm, da ist noch Ausbaumfähigkeit vorhanden. Ja, ich hab nicht gesagt, ich hab ja nicht behauptet, sie wäre, ähm, sie wäre die, die Inkarnation... Nein, sie ist nicht Melos 10, hoch 2, nein. Nicht die Inkarnation des, der wird ja plötzlich gut aussehen, den hervorragenden Schauspielerinnen, sondern es passt einfach meines Erachtens in die Besetzung, und sie ist eben auch tatsächlich, es, niemand kann mir sagen, dass sie nicht auch, ähm, exakt so besetzt worden ist, ähm, dass sie bei, ähm, bei den Eindruck, den sie bei mir hinterlassen hat, bei vielen hinterlassen hat, eben auch tatsächlich hinterlassen sollte. Ähm, also, alles in allem, ähm, 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 die passt in die Vorlage, es gibt doch ganz klare optische Vorgaben. Wie Wonder Woman auszusehen hat, und sorry, also, äh, da hätte man jetzt, äh, Marianne, äh, Segebrecht nicht nehmen können. Eben. Oder, äh, was weiß ich, Inge Meisel. Du hilfst mir. Also, da, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist, das, das ist perfekt. Du hilfst mir gut aus dieser Situation. Sie spielt auch nicht schlecht. Ja. Nur, sie hat auch nicht viel zu spielen. Sie hat die Physis, die Körperlichkeit, die Fitness, um auch, ne, glaubhaft rüberzubringen, dass sie nicht nach drei Stufen irgendwie am Rücken liegt und japst, ne? Also, insofern gibt's da nichts zu meckern. Ich hätte, ich wollte dich nur fragen, wegen dem englischen Original, weil ich von einigen Kollegen gehört habe, die das englische Original gesehen haben, dass sie auch, ähm, aber das, sie spricht halt kein flüssiges Englisch. Und das würde man halt auch merken, was aber zu der Rolle gar nicht so verkehrt ist, weil, die sprechen, sie spricht ja. Ja, die haben ja unter dem Stein gelebt. Ja, und sie spricht ja, im Film spricht sie ja ganz viele Sprachen. Ja, ja, ja. Und da muss sie ja keine perfekt können in dem, warum ausgerechnet Englisch? Und, was ich mich ein bisschen gewundert habe, ähm, am Anfang, wie die zur Insel gekommen sind, die Deutschen, ähm, da war ein großes Kriegsschiff, wo war das auf einmal hin? Das hab ich nicht so ganz verstanden. Wer hat das denn vernichtet? Das ist, äh, verschwunden. Oder? Da muss es Englisch gewesen sein, ich hab's auch nicht verstanden. Okay. Das ist ein kleiner Fehler. Das Schiff war weg? Ja, das Schiff hat's nicht durch diese, durch diese, ähm, Energiemauer geschossen. Weil die mit ihren Fallen können das ja nicht abgeschossen haben. Nein, die ist ja, man sah das Schiff aus durch die Energiemauer, ja. Ja, aber es war dann weg. Ja. Man sieht's nicht mehr. Komisch. Ja, sie haben sich den CGI-Teil gespart an der Stelle. Oder es ist irgendein Schnitt zu folgen. Oder es ist einem, oder es ist einem Schnitt, ähm, zum Opfer gefallen. Also, ich meine, ähm, für Blockbuster-Kino in Anführungszeichen und für DC im Speziellen ist doch sicherlich Wonder Woman jetzt erstmal eine gute Sache, oder? Ja. Und ich fand's auch toll, dass es mal, äh, dass es mal eine Frau war, die dort Regie geführt hat, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Was dann eben noch dazukommt. Sonst bei fast jedem fetten Blockbuster, gerade auch in dem Comic- oder was auch immer Bereich, immer nur Männer. Und es ist schön, dass an dieser Stelle mal eine Frau positioniert ist, ob sie jetzt unbedingt auch noch beim Film sein musste, so klischeehaft mäßig, beim Film, der Wonder Woman heißt, sie hätte auch gerne für mich einfach mal ein Civil War hätte machen, oder irgendwas machen können. Aber generell finde ich's gut, dass sie dort halt in dem Moment jetzt auch dort einen Fuß gefasst hat. Das wollte ich dich nämlich gerade auch fragen. Glaubst du nicht, dass das schon wieder Verleihpolitik war? Ja. Produktionspolitik. Leider ja. Zu sagen, da, da, nehmen wir mal eine Frau, da wirkt's besonders feminin. Ich würde sagen, man hat das, äh, man hat das mit Sicherheit billigend in Kauf genommen an der Stelle, ganz sicher. Ne, und das meine ich nicht wertend, sondern wirklich nur, da sitzen immer schlaue Köpfe und betrachten sogar sowas als, äh, ne, Kaufsargument. Am Ende fällt Ihnen ein, dass man das vermarkten kann, denke ich. Sowas passiert da ja auch. Nee, nicht am, nicht am Ende. Naja, oder, nein, am Ende der Produktionsvorbereitung. Vor allem die, es war ja auch in Anführungsstrichen Risiko. Die Patty Jenkins, so heißt die Dame, hat als großen Film 2003 Monster gemacht. Dann hat sie eine Folge, da sind wir wieder bei Arrested Development und bei Ron Howard. Ähm, und dann hat sie halt The Killing noch, die Serie gemacht, zwei Folgen. Und dazwischen Entourage, also nur für so ein paar Serienfolgen. Und dann halt jetzt 2017, 14 Jahre danach, wieder so ein Triple-A-Blockbuster-Film. Also, das ist schon eine interessante Wahl gewesen. Und da gebe ich deswegen auch, aus dem Grund gebe ich euch recht, dass sie explizit aus diesen Gründen sie genommen haben. Einfach nur, weil es eine Frau ist, so blöd es klingt. Aber ich hoffe einfach dadurch, dass sie jetzt gut abgeliefert hat und eventuell noch einen zweiten Teil machen kann und generell vielleicht jetzt auch eher mal Triple-A-Filme machen darf und kann. Das fände ich toll. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Weil sie kann ja was. Man hat es bei Monster gesehen vor allem. Aber auch, wie gesagt, Wonder Woman, bis auf den Unrealismus-Aspekt von Peter, hat sie einen guten Film geliefert. Also, war keine Wackelkamera, es war nicht unübersichtlich, man konnte immer gut folgen. Also, Regie, passt. Ja, ich glaube auch, dass, das meine ich jetzt wieder auch nicht abwertend, aber ein Film mit so einem hohen CGI-Anteil entsteht ja doch mehr im Studio und an den Computern als... Okay. Es macht noch einen Unterschied, ob du einen Film dir anguckst, der, nimm mal einen aus den 50er, 60er Jahren, wo CGI überhaupt noch nicht existiert hat, da hat ein Regisseur ganz andere Arbeiten machen müssen. Und hier musst du einen guten Handwerker haben, jemand, der seinen Job kann, jemand, der auch liefern kann, was nachher gebraucht wird oder teilweise schon entsteht. Es muss ja passen nachher. Du musst die restlichen fünf Puzzleteile passgenau abliefern oder Grundlagen für die Weiterverarbeitung. Es ist mehr Job als kreatives Künstlerleben. Sagen wir es mal so. Und das ist nicht böse gemeint, weil das musst du können. Und das ist ein knüppelharter Job und den hat sie gut erfüllt. Und insofern würde ich der Frau da keine Abstriche machen. Auch wenn sie vielleicht nach dem Motto, die Produktion sucht, die Regie, lass uns eine Frau nehmen, irgendwie zum Zuge gekommen ist. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass das unterm Strich vermutlich zu einfach ist. Dafür ist da zu viel Geld im Spiel, dass man sagt, komm, wer hätte das denn, wer könnte denn, oh, die hat vor 14 Jahren irgendwie mal eine coole Fernsehserienfolge abgeliefert, dann lass uns die mal nehmen. Für 150 Millionen Dollar ist das nicht so einfach nur aus PR-Gründen entschieden. Da würde ich vorsichtig sein. Denn ich glaube auch, die Produktion, ja, nochmal, ich spreche den einen gewissen Teil daraus nicht ab. Das meine ich nicht. Ich gehe davon aus, dass das da rein spielt und dass das auch in gewisser Weise Kalkül ist. Aber dass man natürlich in der Postproduktion sich sehr genau überlegt, wer das sein kann. Und dann werden schlussendlich mit Sicherheit nur reine Politiker als Entscheidungskriterium mit Sicherheit in der zweiten Reihe stehen. Wenn man jemanden findet, wo man eben daraus auch nochmal PR in diese Richtung machen kann, definitiv, bin ich fest von überzeugt. Dafür ist diese Branche viel zu oberflächlich im besten Unterhaltungssinn. Und dann muss man sowas tun. Aber grundsätzlich, denke ich, als alleiniges Kriterium zu sagen, guck mal, da ist eine Frau, die kann was, dann lassen wir die mal 150 Millionen verbraten als künstlerische Leitung, halte ich für eher unwahrscheinlich. Das ist mit Sicherheit so. Du bist doch genau in dem richtigen Alter, du hast doch Mengenlehre gehabt. Das ist doch Schnittmenge aus A, B und C. Und wenn alles zusammenkommt, dann hat man, was man möchte. Ganz ohne jeden Zweifel in irgendeiner Weise. Ja, also ich würde sagen, ich mache den Daumen der linken Hand nach oben für Wonder Woman, würde ich sagen, oder? Ja, wir sind uns einig. Also wie gesagt, ich habe ihn mir ja sogar dann zweimal angeschaut. Nicht, weil ich ihn so toll fand, aber es lief nichts Besseres. Ja. Also, nee, ich fand ihn grundsolide, aber ich kann verstehen, wenn jemand mit goldenen Lassos etc., sie hatte immerhin ihr unsichtbares Raumschiff nicht. Das kommt im zweiten Teil. Das kommt noch. Das kommt. Dafür, fand ich, haben sie es trotzdem relativ versucht geerdet und nicht zu übertrieben alles darzustellen. Und ihr klassisches Kostüm sieht man ja auch nicht pausenlos. Von daher haben sie es schon ganz gescheit gemacht. Und vielleicht war die Idee damals gar nicht so schlecht, sie schon mal komplett in der Montur in Batman wie Superman zu zeigen, sodass es dann, man weiß schon, wie sie aussieht. Und es ist nicht mehr so cheesy, wenn man es dann zum ersten Mal in ihrem Single-Film sieht. Ja. Vielleicht war das auch so ein Hintergrund. In dem Sinne, Henrik. Ich habe noch einen, können wir es kurz machen, ich habe noch eine spitzen Überleitung, denn du erinnerst dich in Wonder Woman in dieser Soldatentruppe von ihm. Ja, der spielt da mit bei dem. Genau, der Sänger. Der Sänger. Der Sänger, der den Charlie spielt. Ich glaube auch bei Battle of Brothers, der ist echt cool. Ja, das ist Ian Bremner. Und Ian Bremner spielt in einer, in Anführungszeichen, ja Fortsetzung kann man es nennen, im zweiten Teil eines Films, den ich Mitte der 90er Jahre sehr geliebt habe. Also ich war Mitte 20 und in der Zeit war auch dieses ganze englische Kino, der ganze Danny Boyle-Hype lief und vor allem lief in der Zeit Trainspotting. Und ich habe in die Konserve gegriffen, ich hatte ja im Kino nicht Gelegenheit dazu und habe mir T2 Trainspotting, also den, den zweiten Teil von Trainspotting angeguckt, indem der Ian Bremner den Spot spielt. Ähm, und bin der Überzeugung, dass Danny Boyle es insofern richtig macht, exakt 20 Jahre später mit der gleichen Besetzung nicht zu versuchen, exakt den Kultstatus und diese ganze, ähm, diese, diese, diese ganze Art und Weise wie Trainspotting, ähm, 96 glaube ich war das, ne, helf mir kurz, ja, ne, ich glaube irgendwie 95, 96. Muss um die Dreh gewesen, ja. Ja, ähm. Ähm, stattgefunden hat, weil das eben nicht geht. Auch ein Ian McGregor oder eben ein Ian Bremner sind eben 20 Jahre älter geworden und, ähm, das ganze, die ganze Welt ist 20 Jahre älter geworden und auch dieser, der Grunge und all diese Dinge sind inzwischen Zeit eben nicht mehr das, was sie in den 90ern waren. Und deshalb, ähm, ähm, ist die Durchmischung mit diesen ganzen Flashbacks in dem Film, die Andeutung, die Auswahl von Musik, ähm, aber auch, äh, die Erklärung dessen, was den Kollegen in den letzten 20 Jahren passiert ist, eben einigermaßen, ähm, gelungen, ohne permanent, ähm, nostalgisch zu werden. Hast du ihn gesehen? Nein. Deswegen, ich bin bei dir ab und raus. Ich dachte nur gerade, weil dein Gesicht sagte mir, du wolltest mir zustimmen, weil es gerät ja gerade bei Kultfilmen, ähm, also, äh, Trainspotting hat sich ja relativ schnell einen gewissen Kultstatus, ähm, erarbeitet. Und gerade dann Fortsetzungen zu machen, ist natürlich irgendwie gefährlich, vor allem so lange Zeit später. Und, ähm, es ist mit Sicherheit nicht zu erwarten, dass der zweite Teil oder T2 Trainspotting neu erhält. Sie meinen Termin in der zweiten. Ja, hatte auch, habe ich am Anfang, habe ich auch beim Suchen und beim Kopieren von Titeln und so weiter, habe ich immer, ähm, die gleiche Assoziation gehabt. Ähm, wird mit Sicherheit den Status nicht, ähm, erreichen, will er vielleicht auch gar nicht. Ähm, aber was er macht, ist eine liebgewonnene Truppe mit all ihren, mit all ihren, äh, Haken und Ösen einem wieder ins Gedächtnis zurückzurufen. Und das hat, ähm, zwei Stunden lang ziemlich Spaß gemacht. Für alle, die eine Beziehung zum englischen Kino, vor allem zu Danny Boyle, ähm, aus den, in den 90ern und, ähm, die damit verbundene Art wie britisches Kino, ähm, auch immer noch funktioniert offensichtlich hat, ist der zweite Teil von Trainspotting mit Sicherheit eine gute Investition, auch auf dem, äh, auch in der Konserve. Absolut. Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Ich habe ihn auch gesehen und ich habe ihn sehr genossen, weil, ähm, den Charme, den er da eingefangen hat, ist, die Figuren, jede einzelne Figur, 20 Jahre altern zu lassen, aber sie weiter erkennbar zu lassen. Also, man erkennt jeden wieder, obwohl er nicht mehr der Alte ist. Jeder hat einen anderen Weg genommen und letztendlich ist die, Entschuldigung, ich glaube, das Wort wäre mir beinahe über die Lippen gerutscht, aber ich wollte Scheiße sagen, ne? Egal. Ähm, das ist die gleiche geblieben. Die haben alle ihre gleichen Macken und Brunde genommen, hat sich nichts verändert, obwohl sich alles verändert hat. Alle sind älter geworden, haben auch ihre altersgemäßen Zipperlein gekriegt, was mich sehr beruhigt hat, ne? Äh, ähm, äh, leider, ne? Einige haben, haben einen guten Weg gemacht, andere nicht so gut und andere tun so, als hätten sie einen guten gemacht und, ähm, aber die Charaktere sind so geblieben, wie sie waren. Ja. Mit der, mit der, mit, mit dem eine Entwicklung, was glaubwürdig ist, äh, unterhaltsam, technisch wirklich witzig, die Flashbacks, die, 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 die Schnittfolgen, die Boyle da geliefert hat, lassen das Ganze. Auch diese sehr gezielten, also was wirklich auffällig war, war der Soundtrack und die, und die, diese, ähm, die Projektionen dazu, also so dieser, ähm, der, äh, was mir wirklich gut gefallen hat, diese Queen, erinnerst du dir an die Queen-Sequenz, Radio Gaga in dem, in dem Club, ähm, die, ähm, ja, noch besser hätte es in diesem, in diesem Heroin-Flashback gar nicht funktionieren können. Also, er gibt sich wirklich, wirklich riesig Mühe an dieser Stelle, daraus auch was, ähm, Entsprechendes zu machen, so, an der Stelle. Und wenn ich überlege, ja. Und wenn ich überlege, Ian McGregor ist irgendwie nur ein Jahr jünger als ich, ähm, also, das passt halt, ne, einfach, es macht einfach wirklich, wirklich großen Spaß, wenn man in der Zeit und mit diesen, mit den Filmen so, ähm, Spaß gehabt hat, wie wir das damals hatten. Ich glaube, es war eine Herzensangelegenheit und nicht das Schielen darauf, äh, einen Kult weiterzuführen, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, das wäre auch nicht gegangen. Es, es hätte nicht funktioniert. Aber in, in dieser Bescheidenheit, aber in den gleichzeitigen, äh, Kraft der Innovationen und, und, und Inspirationen, die man da spürt und der Freude vor allem, die alle wohl gehabt haben, das zu machen, ähm, kann man nur sagen, ist ein Wiedersehen mit, ähm, vor allem auch, ich glaube, gut fünf Leute, die inzwischen Weltstars. Ja. Das ist ja nicht nur Ewan McGregor, da ist ja auch, äh, wie heißt der nochmal, Miller dabei, ne, und, und, äh, Carlyle. Ja, Bremner, genau. Oh ja, Carlyle. Und da, da, da ist, wie gesagt, ein knappes halbes Dutzend von Leuten, die nach Trainspotting riesige Karrieren gemacht haben, die da auch nochmal zusammenkommen unter einem Danny Boyle, der ja auch große Filme gemacht hat. Absolut. Und, und, und eine wahnsinnig geniale Olympia-Eröffnungsfeier, also ich hab selten mir das mit, mit Freude sowas angesehen, aber was der da damals in London da geliefert hat, das war, ne, bis hin zum Fallschirmsprung der Queen, Respekt. Ja, also richtig geil. Ich wollte dir doch eine Überleitung lieber. Das war eine Überleitung, oder? Ja, ja, guck mal, eine Überleitungskette, die sich gewaschen hat. Mehr Überleitung als von T2 auf T2 zu kommen. Vor allem über Wonderwurm. Über Wonderwurm. Ein Klassiker und noch einen anderen Klassiker. Also für mich ist T2 eigentlich der beste Teil der Serie. Mag auch wieder persönliche Gründe haben, aber er war groundbreaking mit den Effekten, die er damals hatte. Arnie war nie besser als in dieser Rolle, in diesem Part. Und, ähm, der Film hat, hat einen Action-Anteil, der wirklich sensationell ist. Und wie ich finde, jetzt nenn mich ruhig Sissi-Mädchen oder sonst was, er hat auch eine schöne Story. Eine gute Story. Auch eine Story, die so hätte enden können, aber, wie wir wissen, es ging weiter. Und, äh, es war auch nicht schlecht weitergeschrieben. Nur, das war der kompakteste von allen, finde ich. Und ihn jetzt nochmal zu sehen und zu merken, er ist gut gealtert. Wir erleben zwar da auf der Leinwand eine Welt ohne Tablets und Smartphones. Aber der Rest ist eigentlich, den kann man sich immer noch so angucken, wie, ja, bis auf wenige Details, wie im aktuellen Film. An der Schnittfolge hat sich nicht viel geändert. Ähm, also, man sagt ja immer, es wird immer schneller, immer, immer rasanter. Nee, der Film hat damals schon ein Tempo vorgelegt, dass heute keine Langeweile aufkommen lässt. Und, was ja viele gedacht haben, Mann, ob das klappt mit dem nachträglichen Drei-Dreh-Rändern. Ja, es hat, also meiner Meinung nach, es hat sehr gut geklappt. Der Film ist plastisch, er hat, er hat Tiefe, er hat Dynamik. Ähm, teilweise sieht es so aus, als hätte man von vornherein versucht, 3D-Effekte sozusagen einzufangen. Ähm, lässt sich jetzt schwer erklären, aber wenn du Kameraschwenks wirklich im Raum gestaffelte, unterschiedliche, ähm, Sujets haben, die sie dann mit der Trennschärfe hintereinander wegfokussieren, dann weißt du, äh, da hat ein guter Kameramann gearbeitet. Und das in 3D umzusetzen, gibt dann richtig Effekt auch, ne? Also... Naja, wenn man so eine Produktion für eine neue, für einen Re-Release in 3D vorbereitet, dann schmeißt man da entsprechend Knete dran. Ähm, ja. Und mit der aktuell, wir haben ja auch einige, ähm, einige 3D-Konvertierungen schon gesehen, die aktuell auch mit moderner Rotoskopie, ähm, Dinge machen können, die wir vor 3, 4, 5 Jahren noch nicht geglaubt haben, was man da in nachträglicher 3D-Geschichte machen können. Und alle wissen, also unsere Hörer wissen, dass wir inzwischen Zeit so ein bisschen, wir haben ja lange genug drauf umgehackt auf diesem 3D-Ding. Wir sind ganz froh, dass, ähm, das sich so ein bisschen beruhigt hat, dieses Ding, dass man viel mehr auch auswählen kann. Und ich glaube, dass ich, ähm, großen Spaß hab an, an der 3D-Version von Terminator 2. Und ich glaube, mit der Art, mit der, mit der, mit der Empfindung, dass das der, dass das der Terminator ist, äh, trittst du hier in unseren, in unserem Haus, äh, offene Türen ein. Ja, sehen wir genauso. Ja, es ist, ich, auch Anekdote, ich hab wirklich, Terminator 1 hab ich privat gesehen, da war ich noch kein Filmjournalist, T2 hab ich besprochen. Und das war der einzige Film, ich habe damals noch in Essen, im Ruhrgebiet gewohnt, da bin ich nach Düsseldorf zur Pressevorführung gegangen, kam da raus, war geflasht. Ich bin tags drauf in die Kölner Vorführung nochmal gefahren. Weil, ich, ich glaube, es ist der einzige Film, bei dem ich wirklich zwei Pressevorführungen besucht habe, weil ich wollte es einfach nicht glauben, ne. Also, das war so, wow. Und, ähm, wenn ich das richtig sehe, ist es auch die etwas längere Schnittfassung. Es gibt ja, glaube ich, drei inzwischen, wobei zwei sich kaum unterscheiden. Es gibt diese erste Kinoversion, die nachher auf DVD, glaube ich, noch etwas länger, so eine Art Directors Cut. Lächelt er in den Szenen und lässt er sich aus dem Kopf diesen Chip rausbauen? Also gerade dieses Lächeln, dieses künstliche Grinsen, das war in dem, in dem längeren Cut drin, das weiß ich nämlich noch, weil den habe ich auch zwar. Da ist, da ist eine Szene, wo er, äh, ja, so, so ein bisschen, ja, in diesem Ani-Liken, ne, Kunstlächeln, das war ja auch im letzten Teil gesehen. Genau das. Aber wobei das mit dem, das mit dem Chip aus dem Kopf, da kann, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ist das zum Schluss in der Szene, wo er, ne, im Showdown? Ne, 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 das ist in, weiter am Anfang, irgendwie in so einem, ich kann mich nur grob daran erinnern, im Hotelzimmer oder wo sich irgendwo in irgendeinem Haus verstecken oder so oder er vorm Spiegel macht das selber, ich weiß es, oder der Junge holt den raus, irgendwie sowas habe ich da in Erinnerung. Ich weiß aber nicht mehr, an welcher Szene du, 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 du schüttest den Kopf, weißt du es? Nein, 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 ich weiß, welche Szene du meinst, weil ich die gesehen habe, aber jetzt zu sagen. Da schneiden sie es so am Kopf auf und dann kommt das runde, genau. Die Klappe auf, die runden Einsatz raus und da ist dann auch der, dieser, mit den Quadraten, dieser Chip, der, der eigentliche Prozessor, den war ja dann später auch nochmal in dem Glas. Richtig, richtig, genau. Ja, um den geht's ja. Und, ähm, die Geschichte, oh Gott, ja, aber jetzt zu sagen, wo exakt die Szene ist. Nicht am Ende auf jeden Fall. Ich kann nicht sagen, weil ich den das letzte Mal gesehen habe. Im ersten Drittel, würde ich sagen. Entweder habe ich was verpasst, was ich jetzt nicht glaube, weil, ähm, das hat mich schon ziemlich mitgerissen heute. Ähm. Aber müsste eigentlich fast drin gewesen sein, wenn du sagst, die Smiley-Szene war dabei, die war ja in der Kino-Version auch nicht dabei. Ähm, ich hätte noch, drei Fragen. Ähm, hast du die Besprechung noch, die du früher gemacht hast zu Terminator 2? Es kann gut sein, also ich weiß noch nicht, äh, ob ich, ob die Platte, auf der das ist, nochmal zu laufen kriege. Äh, weil ich fast alles archiviere. Guck doch mal nach, guck doch mal nach. Also, falls du die hast und wir die, dann hört ihr die jetzt. Falls ihr jetzt diese Besprechung gehört habt, dann hat er sie gefunden, ansonsten, ähm, schade. Genau. Und... Vielleicht finde ich sie auch nur als schriftliche Version, ich weiß es aber nicht. Dann musst du es nochmal einlesen. Ja, dann liest du es nochmal ein. Ja. Ähm, dann hätte ich noch... Na gut, wenn ich sie finde, ja. Gerne. Also, das wäre, wäre sicher cool. Das wäre so ein richtig, äh, Classic-Review von früher. Aber mal gucken, wäre sicher interessant zu hören. Ähm, dann, er hat ja auch schon Titanic in 3D rübergebracht und da fand ich halt, dass das sehr auch sehr, da hat er es sehr gut gemacht, was mich sehr überrascht hat und glaube ich viele auch, dass man einen Film wie Titanic in 3D konvertiert, haben er schon viel in den Kopf geschüttelt, ja, Geldmacherei. Aber der 3D-Effekt in Titanic war ziemlich gut. Und, ähm, hast du den Titanic auch in 3D damals gesehen? Das heißt damals, ja, vor ein paar Jahren. Ja, und, äh, ich war auch überrascht und ich hatte heute auch weniger erwartet, ich habe jetzt keine konkreten Erwartungen gehabt, aber ich war positiv überrascht, wie gut es ist, weil es wirklich, wirklich Tiefe und, und tiefen Schärfen hat und, und sehr dynamisch wirkt, ähm, also man hätte mir den Film auch als, äh, 3D-Film so, wenn man ihn mir zum ersten Mal gezeigt hätte, als direkt 3D, äh, 3D verkaufen können. Also meinst du ähnlich qualitativ, äh, vom Level Heavy Titanic, super, das ist schon mal ein Wort. Und letzte Frage, hast du irgendwo da Infos bekommen, wo und wann der überhaupt in welchen Kinos deutschlandweit läuft? Der wird nicht in allzu vielen Kopien rauskommen in Deutschland. Das befürchte ich nämlich, ja, wahrscheinlich. Und es wird, es wird so eine Art, äh, ja. Wie so eine Roadshow, oder? So eine Art Roadshow, ein Event, äh, ne, Vorführung geben, äh, allerdings kann ich dir nicht sagen, zu welchen Anlässen, da muss man vielleicht die Augen offen halten oder auf den, auf den, auf den Seiten des Verleihers einfach mal. Die haben ja ganz normale Seiten, auf denen solche Sachen werden ja auch angekündigt werden. Also, offizieller deutscher Start der 3D-Fassung ist 29. August 2017. Auch noch ein paar Tage hin. Also, nicht spoilern, ne, die Leute wissen ja nicht, was passiert. Und, ähm, ja, gute Idee. Die werden alle sterben! Nein! Nein, nicht alle. Mehr kann ich im Moment bei der ersten Recherche nicht. Wir werden das mal recherchieren und euch das nachreichen. Oder wenn ihr es wisst, liebe Hörer, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, alle, die mehr wissen als wir. Ich hab, vielleicht steht es auch noch, vielleicht steht es auch noch gar nicht irgendwo fest, wo es definitiv laufen wird. Ich glaube, es steht wirklich noch nicht fest. Es soll wirklich, es sollen wenige Kopien sein, die zu speziellen Anlässen von den Kinos angekündigt werden können. Wobei das heutzutage fast ist mit Kopien. Du kannst ihn über Satellit kopieren, du kannst ihn auf Festplatten kopieren. Ja, ja, du weißt, wie ich's meine. Genau, bei 35mm hab ich die Ausrede noch gelten lassen, aber, weil sie da ja die wirklich dann herstellen und dann verteilen, aber heutzutage seh ich das... Also, einzige, was ich jetzt hier noch sehe, ist, war, dass der ursprüngliche Plan wohl war, die 3D-Fassung hauptsächlich in China zu veröffentlichen. Ja gut, da liegen die letzten Terminators auch richtig gut, ne? Ja, ähm, aber sie haben jetzt wohl richtig, richtig Geld drangeschmissen, aufwendig restauriert und dann eine 3D-Fassung gezogen. Ich glaube, so ein bisschen umfangreicher werden sie's schon auswerten. Und heute, wie gesagt, mit der digitalen Kopiererei, denke ich, dürfte die Menge an Leinwänden, die wir bespielen, auch schon zum Ende August dürfte im Verhältnis groß sein. Ich bin gespannt. Ich werd mal bei uns im Kino auch nachhaken, ob und wann wir den spielen, weil ich hab da Bock drauf. Ja, vielleicht können wir dazu ja auch mal was machen. Ja, oder wir können auch, wenn ein Köln läuft, können wir uns auch mal in Köln treffen alle. Und dann gehen wir nochmal in Terminator 2. Yo, super, das können wir auch machen. Dann nehmen wir was unterwegs auf. Die haben mit ihrem Laserprojektor, ähnlich wie ich ja im IMAX die Doppellaserprojektion mit 4K, 2K-4K-Projektoren gesehen hab. In Köln ist das Bild auch verdammt gut, gerade das 3D, kein Ghosting etc. Hm. Okay, ähm, Terminator 2. Ich hätte noch einen, den möchte ich nur kurz in die Runde werfen, weil der Film hat es eigentlich nicht verdient, genannt zu werden. Aber das war eigentlich, wobei ich ein Thema da schon ansprechen möchte, obwohl ich ihn nicht in IMAX gesehen habe, möchte ich nämlich über den Wechsel des Bildformates sprechen. Äh, ich spreche über Transformers 5. Direkt die Einstiegsfrage, Henrik hat ihn nicht gesehen. Peter, hast du ihn gesehen? Warum musstest du ihn sehen, oder? Ähm, ich musste ihn nicht sehen und da ich ihn nicht sehen wollte, ähm, hab ich ihn auch nicht gesehen. Willkommen im Club. Ich hab grad schon angedeutet, ich bin da gar nicht so narrisch drauf. Ja, äh, ging bei mir ähnlich. Haben wir in der letzten Folge ja auch drüber gesprochen, ne? So, erster Teil, okay, mit all dem, was neu war, aber dann war... Es ist einfach, ich, ich, ich möchte gar nicht über den Film sprechen eigentlich, sondern nur, was sich der Herr Bay da geleistet hat. Vielleicht habt ihr es auch schon gelesen in, in den Medien. Ich verstehe nicht, gehen wir mal zurück zu zum Beispiel The Dark Knight. Da gab es richtig schöne IMAX-Szenen, die der Herr Nolan gemacht hat. Die wurden auch so gut eingeflochten, dass du den Übergang kaum gemerkt hattest. Das waren dann halt bei besonders epischen Szenen, bei so richtigen Action-Sequenzen hat er mit IMAX-Kameras gedreht und das Bild gerade im IMAX-Format ging dann auf Vollbild. Ähm, da hatten dann zum Teil, ähm, in normalen Kinos, jetzt in den digitalen war es dann so, dann ging es halt auf komplett 16 zu 9 von CinemaScope hoch auf Breitwand. Das war halt so der, der Kniff der ganzen Geschichte. Was hat er denn bei Transformers gemacht? Ich, ich vermute, er hatte irgendwie ein paar GoPros, er hatte, ich glaub vier IMAX-Kameras hatte ich gelesen, ich glaub vier Stück, äh, und dann wahrscheinlich noch ein paar normale Reds oder, also normale, ähm, ähm, Kameras und hat dann einfach fröhlich drauf losgedreht, mal mit der, mal mit der, mal mit der Kamera. Denn bei dem Film macht er es wirklich, du musst nur zwei Minuten von dem Film sehen und du hast mindestens schon fünf verschiedene, ähm, Formate gesehen. Der wechselt wirklich von, von, der springt bei fast jeder Kameraposition, ist es ein anderes Bildformat. Und das Bescheuerte ist, selbst bei normalen Dialogszenen zwischen zwei Charakteren, wenn Mark Wahlberg mit, mit Bumblebee oder Harry hier spricht, dann wechselt selbst bei, bei dem Gespräch, wenn mal der, mal der geblendet wird, selbst da, selbst ein normaler Dialog mit Mark Wahlberg ist plötzlich im IMAX-Format und mit dem anderen Cinemascope. Ja, ätzend. Und dann gibt's dann nochmal einen anderen Winkel von, äh, Mark Wahlberg, der ist dann wieder in Cinemascope und dann gibt's vielleicht einen anderen Winkel von dem anderen, der ist dann wieder in IMAX. Also, äh, und der hat echt einfach alles so Banane, wie, es war ihm, beim vierten Teil hat man ja schon gemerkt, der hat keinen Bock. Der macht einfach, der schneidet, der dreht eine Grütze zusammen, die Leute werden es schon fressen, weil es gibt Roboter-Action, geil. So, und jetzt bei dem hat er wahrscheinlich, ich muss irgendwie einen draufsetzen, damit die mich endlich hier aus dem Regiestuhl kicken. So wirkt es leider. Ach, komm, ich dreh einfach mit allen Kameras und schneid das einfach so zusammen. Wer hat denn da den Schnitt verantwortet? Also, sowas hab ich noch nie erlebt. Also, ich bin auf die Blu-ray-Auswertung gespannt, ob die das da echt genau so machen. Also, wenn er mir dann auch, ich weiß gar nicht, ob er mal drauf angesprochen worden ist in irgendwelchen Interviews, wenn er dann behaupten würde, ja, das ist mein stilistisches Mittel, dann sag ich nur, du hast sie nicht alle. Also, es macht Sinn, klar, auf groß zu gehen bei bestimmten Action-Szenen und so, alles gut. Aber wenn er selbst bei Dialogen, was ich gerade beschrieben habe, wenn er selbst da dauernd das Bildformat wechselt, dann hat er doch irgendwie nur was Falsches geraucht oder was sagt ihr? Also, es gab sogar welche im Kino, die es nicht bewusst wahrgenommen haben, aber das sind wahrscheinlich ganz resistente. Also, jeder, der ein bisschen Film liebt, merkt das sofort. Guck mal gerade, wer den Schnitt da verantwortet. Ja, ja, wobei. Einer muss ja den Kopf hinhalten. Ja. Ja, weißt du warum? Das musst du dir mal angucken. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, die in den Credits für den Schnitt genannt werden. Ja, ja. Keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt. Alter. Also, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Also, ganz ehrlich, der Film an sich, wie gesagt, ist nicht der Rede wert. Es ist, ähm, es plätschert noch schlimmer vor sich hin als Teil 4. Es ist sogar schlechtere Action als in den älteren Teilen. Ähm, mir tut ein bisschen, A, mag ich Mark Wahlberg, der tut mir fast schon ein bisschen leid. Wobei, noch mehr leid, tut mir dann eher unser Mann von Westworld, Sir Anthony Hopkins, der dort auch komplett überflüssig leider ist. Und der Film hat einen Anthony Hopkins nicht verdient. Äh, schade, ja. Ich denke, es wird wieder spekuliert, es sollte er jetzt eigentlich sein letzter sein. Ich hoffe es fürs Franchise, dass die jetzt mal andere Leute einfach dran lassen, um dann komplett vielleicht andere Ideen mal reinzubringen. Weil Bay geht an der Stelle leider nicht mehr. Ich mag seinen Bad Boys, äh, ich mag selbst diesen Muskelfilm, den er zwischendurch mit Mark Wahlberg gemacht hat. Den fand ich gar nicht so schlimm. Aber mit Transformers und Bay zusammen, das geht nicht mehr. Also, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, gerade das Bildformat geswappe. Ich weiß, ich kenne Kollegen, die ein Heimkino haben. Die haben sich schon daran gestört, dass es bei Dark Knight oder so dann halt umschwingt. Weil wenn sie ein Cinemascope-Leinwand haben und so, ist es halt nervig, weil das passt dann nicht. Ja, aber wenn du ein einheitliches Format und in zwei Stunden Film vier Formatwechsel hast. Und die hat es ja immer schon mal gegeben. Ja, oder dezent. Ja, genau. Uns als ehemalige und aktuelle Vorführer fällt sowas ja auch auf. Na klar. Ich sehe das. Ja. Und ich komme ja gar nicht drum rum. Aber so eine Scheiße. Er hat sogar 4 zu 3 drin. Aber da hat er irgendwas aus der Vergangenheit in Schwarz-Weiß gezeigt. Da hat er 4 zu 3. Jungs, ihr wolltet euch kurz fassen, weil der Film es nicht fertig ist. Ja, sorry. Ich rede mich da in Rage bei diesem Formatgewächs. Weil das geht nicht. Kalt duschen hilft. Ja, ich glaube wirklich. Das mache ich auch gleich. Okay, hat's wie gesagt. Ich kann es aber gut verstehen, dass einen sowas stört, wenn so eine lieblose Nummer da abgezogen wird. Ja. Und wie gesagt, wir haben heute auch mal letztlich auch haufenweise Editoren verbraten dabei. Ich habe, ich lese 6 in den Credits zu. Tscholl. Und dann weißt du, wie das zerhackt wird, wenn da 6 Leute. Und er ist ja dann immer mittendrin. Set du in noch, Peter, bitte jetzt du. Haben wir noch was? Peter hat noch was. Wo wir gerade im tiefen Teil der Tränen sind, so tief geht es jetzt nicht. Aber ich habe das Pubertier gesehen. Neue deutsche Kinoproduktion nach einem Buch von Jan Weiler. Ich hatte große Hoffnung, weil Jan Weiler ein guter Autor ist. Er ist ein guter Comedy-Autor, ein guter Roman-Autor. Die Übersetzung ist wie für eine gute Fernsehproduktion. Wir haben, was haben wir da? Heike Makatsch haben wir dabei. Und Gott, wie heißt Professor Börne nochmal aus dem Tatort wirklich? Ihr wisst, wen ich meine. Nein, ihr wisst nicht. Ich bin nicht nur der Tatort-Gucker, muss ich leider sagen. Ja, egal. Wir sind gleich bei dir. Du meinst Jan-Josef Liefers, ne? Danke, danke. Du stehst mir selber mit beiden Füßen auf den eigenen Socken. Mein Name fährt da fast. Also der Daniel, mit dem ich auch öfter podcaste und wie gesagt, der bei uns ja auch die Interviews macht, der nennt mich manchmal aus Spaß immer Jan-Josef, weil ich Jan-Michael heiße. Und dann meint er dann immer mich. Und Liefers, weil ich Leifert heiße. Also es ist wirklich relativ nah. Doppelname mit Jan-Josef Liefers. Nein, ist egal. Das ist kleiner Rune-Effekt. Nein, die Sache ist wirklich ein guter Aufhänger. Nämlich zu zeigen, wie es ist, wenn man Kinder hat, die in die Pubertät kommen. Und damit es noch schlimmer ist, wir zeigen, wie es ist, wenn die Kinder in die Pubertät kommen und dieses Kind ein Mädchen ist. Also das, was viele Eltern mit Grausen entweder erlebt haben oder mit Grausen erwarten. Witzig, witzig geschrieben. Ganz tolle Miniaturen, nämlich Episoden, Dönekes. Aber der Film hat keine Handlung. Also ich kam da raus. Was ist denn mit Leander los? Der kann doch eigentlich. Eigentlich kann der. Also in letzter Zeit nicht so gut, aber in den 2000er Jahren hat er doch diese ganzen NVA und DDR. Sonnenallee. Genau, das ist doch mal. Und Herr Lehmann, glaube ich, ist doch auch von ihm, ne? Ist auch von ihm, richtig. Und Detlef Buck in einer Nebenrolle macht auch eine gute Nummer. Also es ist doch jetzt nicht so, dass er nicht Geschichten erzählen könnte. Es gibt keine Geschichte zu erzählen. Das Problem ist wirklich, es sind Anekdoten, es sind Episoden, es sind lustige kleine Miniaturen, die aber im Grunde genommen keine wirklich erzählenswerte Geschichte liefern. Klar, wenn du irgendwie ins Presseheft schaust oder den Film anguckst und ganz wohlwollend sagst, es geht von A nach B, dann hättest du dieses von A nach B gut und gerne in anderthalb Minuten abhandeln können. Und es wäre nicht erwähnenswert gewesen, weil es passiert von A nach B nicht wirklich was. Aber das Ganze ist über Spielfilme länger ausgedehnt und angereichert mit viel lustigem Material, ohne dass man nachher weiß, um was ging es hier eigentlich? Keine Ahnung. Es ist leider irgendwie wohl durchgegangen, ob es daran liegt, dass Jan Weiler keine Kontrolle über das Drehbuch hatte oder weil er Kontrolle darüber hatte oder weil, ich weiß es nicht. Aber es ist ein grobes Versäumnis. Er macht trotzdem irgendwo Spaß, aber selbst wenn man keinen großen Anspruch hat, spürt man irgendwann, dass man sich immer auf der Stelle dreht. Also da muss man gar nicht wirklich hohe Ansprüche hegen. Irgendwann merkst du, du wirst auf der Stelle nur so schnell gedreht, bis dir schwindelig wird. Und das soll es schon gewesen sein. War mir zu wenig, leider. Weil die Schauspieler, keine schlechten Leute, wenn auch, ja, ich will nicht meckern. Sie haben das gemacht, was das Buch hergegeben hat, aber es war nicht viel. Okay, also eine Warnung. Klassische Warnung. Ja, eher eine Warnung. Es werden Leute reingehen und wenn man dafür bezahlt hat, wird man es sich auch schönreden. Aber nach einer Weile wird man sich eingestehen müssen, war ich da wirklich drin? Man wird es vergessen. Man wird es vergessen. Okay. So. So, jetzt hätte ich noch einen Wunsch, Peter. Bitte erzähl uns noch, weil wir beiden den noch nicht gesehen haben und das ist ein schöner Service für unsere Hörer, die dann dort eventuell reingehen könnten. Was hältst du denn, oder erzähl uns ein bisschen was Ersteindrucks zum Spinnenmann und zum Affenkrieg? Da machst du vielleicht zwei große Fässer auf, ne? Ja, sicher. Spider-Man hat ja sozusagen auch ein Reboot, ne? Also jetzt mit diesem neuen Spidey. Peter Parker, finde ich, sieht jetzt aus, wie Peter Parker in den Comics ausgesehen hat. Und hat wieder mehr von Maguire auch so ein bisschen, ne? Ein bisschen. Nur noch jünger natürlich, aber... Ich finde, eher weniger, ehrlich gesagt. Tobey Maguire war nicht Spider-Man. Also wenn du die Comicvorlage rein optisch nimmst, blätter mal in einem alten Spider-Man-Comic und du wirst... Eigentlich ist es Spider-Boy, muss man sagen. Das ist ein Milchgesicht. Das ist ein kleines, schüchternes Schulkind im Grunde genommen, der durch seine Fähigkeiten... Na gut, als ich einen Spinnbiss hatte, gab es nur Juckreiz, aber egal. Der durch seine Fähigkeiten plötzlich Dinge kann und sich dem Guten verschreibt. Wir erleben jetzt in dieser Folge im Grunde genommen, dass er genau mit diesen beiden Existenzen, mit diesen beiden Identitäten noch umzugehen lernen muss. Denn er möchte gerne ein Adventure werden auf der einen Seite, aber Tony Stark will ihn da erstmal noch gar nicht ranlassen. Er will sozusagen, dass er sich erstmal als lokaler Vorstadt-Held bewährt. Und auf der anderen Seite ist er immer noch der kleine, nette Trottel an der Schule, den alle übersehen. Dieses Homecoming, was der Untertitel ist, hat eine doppelte Bedeutung. Denn Homecoming könnte heißen, er kommt mit ins Adventure-Team. Und auf der anderen Seite ist Homecoming auch ein Schulfest in Amerika, wozu man seine Liebste einlädt und er natürlich viel zu schüchtern dafür ist. Allerdings hat er einen kleinen, dicken Freund, der aus dem dummen Zufall mitgekriegt hat, wer er unter anderem auch ist. Der sich irgendwann nicht direkt verplappert, aber sagt, hier, unser Peter, der kennt Spider-Man. Den finden sie ja alle geil. Und schon wird er von den coolen Kids irgendwie so ein bisschen für voller genommen. Während einige besonders coole sagen, ja, dann schlepp ihn doch mal an. Was ist, wo ist er eigentlich? Du erzählst uns doch nur ihr Mumpitz. Also letztendlich verschärft sich seine Situation nur auf ein neues Level. Und dabei gerät er halt auch noch in Situationen, die ihn als Spider-Man fordern und teilweise auch erstmal überfordern. Es gibt ein paar Überraschungsmomente in dem Film, die man als solche wirklich bezeichnen kann. Und wenn ich jetzt ganz fies wäre, was ich, ich bin ganz fies, aber ich mache es nicht. Nein, es gibt wirklich ein paar Dinge, die darf man nicht spoilern. Es macht Spaß. Was mir auch sehr viel Freude bereitet hat, wir erleben dort einen Michael Keaton. Als, sagen wir es mal ganz flach, Bösewicht. Der mit alten, ja, wie soll man sagen, illegal besorgten Dingen aus UFO-Abstürzen Waffen herstellt, die er meist bieten, verkauft. Also nicht unbedingt legal. Der sich ein kleines, ja, als Waffenproduzent und Händler ein kleines Imperium aufbaut als Fiesling. Sich selber hat er ein paar Flügel mit Motoren gebaut, mit denen er, ähnlich wie Tony Stark in seine Rüstung springt, er sich sozusagen diese Flügel aufschneidet. Und das war ein Moment, in dem ich ein breites Grinsen beim ersten Mal im Gesicht hatte. Denn, ihr wisst, Michael Keaton ist, zumindest in der jüngeren Geschichte... Birdman oder Batman, oder worauf wolltest du ihn ausführen? Batman. Okay. Nichts gegen Adam West, er ruhe in Frieden, auch von hier alles Gute. Aber in der jüngeren Kinogeschichte ist Michael Keaton mit den Tim Burton-Filmen als Batman bekannt geworden. Ist in den, war das vor zwei oder drei Jahren inzwischen? Ich verlese so ein bisschen das Zeitgefühl. Ich glaube über drei, ich befürchte drei. Ich befürchte auch drei. Als Birdman, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ja, natürlich. Es war nur eine sehr, ich meine technisch für mich ein Kniefallfilm, also den wir davon nur auf den Knien sehen und anbeten. Aber ein sehr kritischer Film zum Thema Ruhm, Heldenruhm, Vaterruhm etc. Und da hat er ja auch diese Birdman-Figur. Und in der Silhouette erinnert seine Figur, die er jetzt spielt, mit diesen überdimensionalen Flügeln, an Birdman. Natürlich. Also im Grunde ein absolut witziger, weiter, also ohne inhaltlichen Zusammenhang natürlich. Er ist nicht Birdman, er ist auch nicht mehr Batman, er ist aber jetzt ein Schurke geworden, der so aussieht wie die Figur in diesem letzten großen Film von ihm. Wie heißt er denn? Oder ist das, war das, ist das ein Spoiler? Oder wurde der nachgenannt? Falken? Oder nee? Nein, nein, heißt er nicht. Ich kann es dir leider aus dem Stand jetzt echt nicht sagen. Aber es war jetzt kein Name, den man kennen muss aus dem Zusammenhang. Oder er ist in einer meiner vielen Lücken, dieser Name. Und ich kenne ihn nicht. Im Großen und Ganzen, ich glaube es wird viel diskutiert werden über die Special Effects. Vor allem die Special Effects von Spider-Man. Aha. Denn sie sehen anders aus als bisher. Ich glaube viele haben aus dem ersten Impuls heraus gesagt, oh schlechte Effekte, oh ist aber komisch, weil es fremd ist. Ich würde sagen, diese Art, ich versuche es mal zu beschreiben. Stell dir vor, ein Spider-Man springt auf eine Laterne, von da aus weiter an eine Hauswand, so wie man ihn kennt. Und diese Bewegungsabläufe sind, als wenn es dazwischen, zwischen Abspringen und Ankommen, so eine leichte Beschleunigung gäbe. So einen leichten, so einen leichten, ja wie will man es nennen, Fast Forward. Aber wirklich minimal. Dadurch kriegt das Ganze so ein bisschen was von einer Bilderfolge. Aha, okay, ja. Also der Effekt sieht anders aus als man ihn kennt, wirklich. Das mag vielleicht einigen nicht sofort auffallen, aber irgendwann, ich habe gemerkt, wie einige Kollegen unruhig wurden, auch im Nachhinein meinten, aber das ist komisch, aber ich verstehe das gar nicht, sind die so schlecht, die haben doch eigentlich Geld da reingesteckt und so. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Ich finde, dieser Film bietet dadurch, weil er bestimmte Bilder prominenter macht dadurch, bietet er sozusagen Stills. Und zwar welche, die an die Posen, die wir aus den Comics kennen, erinnern. Erinnert ihr euch daran im Comic, dass er zum Beispiel, wenn er manchmal an seinem Faden hing, so eine merkwürdige Beinposition hatte, dass er die Beine wie so ein Dreieck gemacht hat oder die Beine wie so ein Frosch angezogen hat und die Arme mit dem Faden bis in den Schritt runtergezogen hat und dann losgeschwungen ist. Und diese Momente, die wir aus dem reinen Comic kennen, die findest du jetzt wieder, weil sie dadurch so eine gewisse Prominenz bekommen, weil dieses Pong, Pong irgendwo hinspringen, der Sprung dazwischen ist, wie er vielleicht vorher war in dem Special Effect, aber es wird so ein bisschen die Aufmerksamkeit gesteuert auf diese Sachen, die uns bekannt vorkommen. Wisst ihr, wie ich das meine? Kann ich mich halbwegs klar ausgeführt? Ja, ich verstehe. Und ich fand das sehr, sehr innovativ. Ich fand das toll im Grunde genommen, weil wir da Dinge gesehen haben, wie sie die letzten Jahre eben in Sachen Spider-Man nicht zu sehen waren. Ich finde, die Verbindung, die aufgebaut wurde in Richtung Avengers und dieses Hin und Her mit Tony Stark und Iron Man, die hat eine interessante Entwicklung im Laufe des Films. Seine Probleme, von denen wir wissen, dass er eben eigentlich als ganz normaler Peter Parker, als Junge, als Schüler, jetzt nicht die große Nummer an seiner Schule ist und dadurch natürlich Probleme hat. Und wenn er sich dank seiner Fähigkeiten ausleben kann, das auch immer gut unterm Deckel halten muss. Altes Superhelden-Problem. Wer von uns dreien kennt das nicht? Natürlich. Jeden Tag habe ich das Theater. Also wirklich gut inszeniert, wie ich finde, hervorragende Effekte und eine sehr mehrdimensionale Story. Für mich unter diesen Triple-A-Filmen, die jetzt auf uns zukommen, eigentlich das Highlight. Okay. Also für mich kam halt der Trailer so wieder so eine Standard 0815-Geschichte halt so rüber. So ein typischer Spider-Man, wie man ihn halt kennt. Ein bisschen mehr mit Iron Man verbunden. Eventuell sogar, vielleicht sieht man noch den einen oder anderen Avenger, man weiß es nicht. So in die Richtung habe ich halt tendiert. Und halt gut, dem Michael Keaton habe ich so ein bisschen gedacht, oh, der erinnert mich so ein bisschen an Doc Ock aus dem Spider-Man 2. Ist aber nicht. Ja, ja, genau. Aber so habe ich es halt so ein bisschen empfunden. Best of all worlds. Also man nimmt sich von allen so ein bisschen das Beste raus. Und dann wird es halt eine... Es ist ja keine... Wahrscheinlich werden sie auch diesmal nicht den Spinnenbiss zeigen, oder? Auch nicht im Vorspann irgendwie. Oder haben sie es irgendwie eingebaut? Nein. Nee, ne? Diesmal gar nicht mehr, ja. Er ist ja eingeführt worden im Prinzip. In dem letzten Avengers ist die Figur aufgetaucht und sie wird als Gesetz genommen. Genau. Ja, ja. Trotzdem verliert er ja, glaube ich, wenn man das so aus dem Trailer richtig sieht, verliert er trotzdem temporär mal wieder sein Standardkostüm. Sodass er wieder irgendwas Selbstgebasteltes nehmen muss. Das lassen sich ja scheinbar nicht nehmen, was auch wieder so typisch aus der Origin-Story halt sonst eher bekannt war. Das wird auch wieder eine Rolle spielen, ja. Genau. Ja, das sieht man ja auch schon im Trailer. Das ist ja kein Spoiler. Ja, und was ich halt ganz interessant finde, also ich freue mich, dass er dir gefallen hat oder dass du es schon von sagst, man kann Spaß haben. Ich bin jetzt halt gespannt, vielleicht kannst du es ohne inhaltlich darauf eingehen. Ähm, hat er denn, ich weiß gar nicht, ist er für weitere Avengers-Filme geplant und weil Sony, ich habe immer wieder gehört, dass Sony ihn eigentlich wahrscheinlich nach einem Film schon wieder rausholen wollte. Ich weiß nicht, ob da was dran ist oder ob die weiter zusammenarbeiten wollen. Lässt der Film denn Fortsetzungen zu in diesem, in dem Universum oder macht es eigentlich nur Sinn, dass es da auch weitergeht? Oder haben sie es so gemacht, dass beides denkbar wäre? Ähm, also ein Rückzieher von Sony. Ja, vom Filmischen her ist es so, dass alles möglich ist. Also du kannst im Prinzip jetzt nach dem Film nicht sagen, das Thema ist gegessen oder jetzt muss er kommen als Adventure. Äh, möglich ist alles. Okay, dann wird da noch gepokert, 100 pro. Ja, oder es wurde gepokert, kann auch sein, das ist inzwischen zu Ende das Pokerspiel, aber man hat es so weit offen gelassen, dass man, dass man jetzt alles machen könnte. Was ich leider, 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 leider in dem Zusammenhang, vielleicht wäre es wichtig gewesen, nicht sagen kann, ob es einen Schlussgag gegeben hat, weil ich war sehr unter Zeitnot und habe nicht den kompletten Abspann bis zum Ende aushalten dürfen. Und danach gibt es ja meistens dann, ne, zumindest wenn es in Richtung Avengers geht, den nächsten Hint. Oder es ist wirklich nur ein Hint zum nächsten Homecoming, also zum nächsten Spider-Man-Film, das vermute ich eher. Ich glaube nicht, dass sich Swagen da einen Hint zum Avengers macht, aber es gab wohl, was ich gelesen habe, es gibt wohl eine Credit-Szene, aber ich weiß den Inhalt auch nicht. Da lassen wir uns mal überraschen. Eben, dann gehe ich halt nochmal rein. Genau, so machen wir es. Schön. Und genau, der gute Mann, der John Watts, der die Regie übernommen hat, ist ja auch ein komplett mehr oder weniger Unbekannter, ne. Das fand ich schon eine mutige Wahl, wenn ich so seine Filmografie hier sehe, sagt mir das nicht wirklich was. 2015 Cop-Car, 2014 Clown, 2014, weiß ich nicht, da steht Our Robocop Remake, aber der hat doch nicht das Robocop Remake gemacht, ne. Wahrscheinlich ist das irgendwie, das hört sich eher wie ein Fanfilm an. Our Robocop Remake, so hieß der ja nicht. Ne, so hieß er auch nicht. Also, so oder so scheint man ein sehr unbekannter Mann, der noch nicht so in Erscheinung geht. Also, auch da, ich vermute, Disney macht das mittlerweile, weil der ist natürlich angewiesen und freut sich, dass er so einen Job bekommt und er wird alles tun, um die Filmproduzenten glücklich zu machen. Leider habe ich so ein bisschen das Gefühl, nehmen sie sich wieder eine Diva oder einer, der etabliert ist und seine eigene Kreativität reinbringen will, dann scheint es da schneller mal zu haken. Ist vielleicht eine böse Unterstellung, aber so ein bisschen habe ich den Eindruck leider. Ja, also ich kenne den Mann so auch nicht. Eben. Ich habe, ich habe das, ich meine bei diesen Produktionen, das hatten wir gerade das Thema auch schon bei Wonder Woman, bei Produktionen in dieser Größenordnung ist die Rolle des Regisseurs, rutscht die aus dem kreativen Bereich in den funktionierenden Bereich hinein. Das sind Auftragsarbeiten und das meine ich nicht böse und nicht mit einem dunklen Zungenschlag. Es ist so, da brauchst du einen sehr guten Handwerker, jemand der teamfähig ist, da brauchst du jemanden, der zuarbeiten kann, der weiß, dass Regie sein nicht die Divennummer sein darf. Und wenn du dann irgendwie so einen Star hast, egal ob vor oder hinter der Leinwand, da läufst du immer Gefahr, dass der vielleicht ein bisschen am Rad dreht und sagt, so kann ich nicht arbeiten, das machen wir jetzt anders. Ja, ganz genau. Das war schon ganz schön, aber wir lassen das besser. Ant-Man, also fast jeder, sehr viele Disney-Filme haben in der letzten Zeit das Problem gehabt, Ant-Man ist auch wieder ein Beispiel. Ja, vielen Dank, wir sind, also jetzt bin ich auf jeden Fall deutlich gespannter auf den Film nach deiner Ausführung, weil wie gesagt, ich war doch deutlich skeptischer nach dem Trailer, aber ich vertraue mal da deinem guten Geschmack, den kenne ich ja mittlerweile. Dann haben wir noch den Affenkrieg, weil da freue ich mich natürlich doppelt drauf. Ich freue mich a, dass wir ein Interview mit Andy Serkis und ein Interview mit Matt Reeves, oder wie hieß der Ries, ich glaube irgendwie so, bekommen haben. Der liebe Daniel hat das gemacht, da wird in Kürze was bei YouTube hochgeladen, sobald das Video fertig ist und wir werden vielleicht auch ein paar Ausschnitte, ist es natürlich in Englisch, werden wir es aber auch vielleicht im nächsten Podcast nochmal einspielen für euch. Ja, und da sind wir direkt beim Thema, da freue ich mich, dass du den schon auch sehen durftest. Daniel war sogar in der ganz exklusiven Reihe, der durfte den noch vor der PVs gucken, weil er halt als Interviewpartner den noch davor sehen durfte. Ja, sag mal ein bisschen was, ich bin großer Fan der ersten zwei Remakes, der erste ein bisschen mehr wie der zweite, das liegt einfach am Setting, weil der erste noch deutlich mehr in unserer Zeit steht und so noch dieses ganz, diesen Start an sich zeigt, aber ich liebe halt die Darstellung von Caesar und ich bin halt auch bei dem Cast jetzt sehr gespannt auf Woody Harrelson. Ja, erzähl mal ein bisschen zum Planet der Affen 3, nenne ich ihn mal. Ja, Survival, Planet der Affen 3. Der deutsche Titel, kleine Anmerkung, Survival ist ein typisch deutscher Titel, der Englische heißt natürlich War for the Planet of the Apes. Ja, ja, passt auch irgendwie besser, ehrlich gesagt, aber egal. Ich finde es immer lustig, wenn die Eindeutschung auf einem englischen Begriff landet, aber egal, machen wir weiter. Es ist eine durchgehende Geschichte, die wird auch durchgehend jetzt weitererzählt, also vorweg, also alles andere hätte dich wahrscheinlich auch überrascht, Ja, wie soll ich es umschreiben? Es ist ein gewaltiges Werk, sowohl was seine zeitliche Ausdehnung angeht, als auch was die Aufnahmen angeht. Wir erleben jetzt, dass der Krieg zwischen Menschen und Affen so richtig in, ja, da kommt Ölitzfeuer, sagen wir mal so. Und das liegt nicht daran, dass die Affen irgendwie zum Krieg aufrüsten, sondern die haben sich in die Wälder zurückgezogen und wollen da eigentlich friedlich im freiwilligen Reservat sozusagen leben, in ihrer Welt. Aber unter den Menschen gibt es dann halt solche wie der von Woody Harrelson gespielte, ich weiß nicht, welchen Dienstgrad er jetzt da hat, aber er ist ein hoher Militär, der mit seiner eigenen Truppe im Wald Jagd auf sie macht. Und ich versuche es irgendwie knapp hinzukriegen. Du merkst, es fällt mir schon gar nicht leicht, es nachzuerzählen. Ist ja ein gutes Zeichen, ich mag halt, wenn er ihm viel erzählt. Er ist auch irgendwo komplex, aber er ist auch nicht zu komplex. Auf jeden Fall begeht er persönlich bei einem Angriff seiner Truppe Morde in der Affen-Community, unter anderem aber auch Frau und Kind von Caesar. Dass im Affenzusammenhang besonders witzig Humanität dort natürlich dann schwer angekratzt wird, also seine Friedfertigkeit schwindet, also er möchte gerne Rache nehmen, während er gleichzeitig versucht, die Überlebenden dieses Angriffs in Sicherheit zu bringen. Dass das nicht gleichzeitig geht, ist auch klar, also schickt er sein Volk mit jemand anderem los, er will sich alleine im Einzelkampf mit dem Verursacher dieser Tat auseinandersetzen, aber die Wege führen natürlich nachher wieder zusammen. Weil sein Volk wird eingefangen und in dieser Garnison oder in diesem Vor oder in dieser, was auch immer das ist, dass dieser, ich will immer Colonel Kurtz sagen, Colonel Kurtz, Hauptfigur aus Apocalypse Now, diese mystische Figur, die da gesucht und nachher auch gefunden wird, weil die Rolle erinnert wirklich daran. Es gibt einige wirklich deutliche Anspielungen an diesen Megapart von Marlon Brando. Dort werden die wirklich, die menschlichen Soldier werden wirklich gedrillt und darauf eingeschworen, dem Wahn ihres Führers zu folgen, der ein persönliches Problem hat, das wir später kennenlernen werden. Genau, nicht spoilern bitte, nochmal als Hinweis. Nein, ich spoilern das nicht, nur es ist eben schlau, dieser Figur auch eine Motivation zu geben. Die kommt aber dann noch. Also dieser ganze geballte Hass, den der auf die Affen, auf das Affenvolk da hat, der hat einen Grund. Andersrum ja genauso, ne? Ja, natürlich. Ich konnte mich immer sehr gut auf, man konnte sich ja auch, gerade in den ersten beiden Teilen, auch immer sehr gut in die Affen reinversetzen. Das ist ja das, was die Serie eigentlich auszeichnet. Sie erzählt von Menschlichkeit, auch wenn die eine Hälfte der Besetzung Altaffen sind. Und es ist natürlich, aber das muss ich dir auch nicht sagen, weil es waren die beiden Teilen davor genauso, es ist unglaublich, wie realistisch diese ganze Animation mittlerweile abläuft. Was Andy Serkis und seine Kollegen da geleistet haben, ist, also im Grunde genommen gibt's, wenn man's nicht wüsste, dass das gar nicht alles echte Affen sein können, würde man sagen, Wahnsinn. Also das ist wie echt, wie wirklich, wie gut dressiert. Es ist so schwer, mit Tieren zu drehen, sag ich dir. Das ist so schwer. Tiere und kleine Kinder. Nein, also es ist wirklich begeistert. Die werden bald auch alibiert, die Kinder. Ich hoffe. Nein, Spaß beiseite. Ah, Kinderarbeit. Also manche Kinder, ja, die guten Einzeiten, wo sind sie hin? Spaß beiseite. Nein, es ist wirklich, aber daran gewöhnt man sich und man nimmt es auch so hin und das ist toll, dass man's so hinnehmen kann. Denn es sind natürlich Unmengen bei so einer Völkerwanderung, bei so einer Massenflucht von Affen, die gekascht werden, die dort in dieser Kaserne sozusagen untergebracht werden, weil man sie als Arbeitswesen, Arbeitsaffen benutzen will. Denn so wie es ausschaut, ist diese Garnison, dieses Vor, das ist eine Truppe von Abtrünnigen. Diese repräsentieren jetzt nicht die komplette Menschheit. Also haben die auch den Kontakt zur menschlichen Rasse verloren, sag ich jetzt mal. Und trotzdem herrscht da Krieg und es soll ausgebrochen werden, es soll geholfen werden beim Ausbruch. Es gibt Gefahren, Action-Scenen vom Allerfeinsten und natürlich auch ein Showdown. Also insofern das, was man erwarten kann, auf eine Art und Weise, die einerseits gut erzählt ist, aber über die komplette Dauer, ich sag mal, dass vorsichtig anstrengend ist. Das soll keine Schmälerung der Leistungen sein, sondern ich hab gemerkt, ich rutsche schon ein bisschen so ab dem dritten Filmdrittel hin und her. Und hätte mir vielleicht gewünscht, dass es ein bisschen kompakter wird. Also, vielleicht magst du, wenn du gesehen hast, es anders empfinden. Vielleicht war es auch noch ein unruhiger Tag für mich. Vielleicht hatte ich ja auch was Falsche gegessen. Ich weiß es nicht. Aber es ist ja, es war wirklich so, dass ich dachte, ja, toll, klasse. Aber das Ganze lebt aus dieser von mir gerade beschriebenen Konstellation. Aber die steht dann irgendwann. Du hast ein paar einzelne Figuren, denen Zeit gewidmet wird unter den Menschen. Die zum Beispiel, bei denen du merkst, dass sie vielleicht gar nicht mehr das Weder dienen wollen. Äh, dem Bösen dienen wollen. Ach, ihr wisst, wie ich das meine. Die aus diesem Korps der schwarzgewanderten Soldier sich rausbewegen wollen, aber irgendwo den Absprung nicht schaffen. Du hast die verschiedenen Rollen in dem Monkey Tribe. Du hast ja auch diesen Orang-Utan, der mehr so die ruhige Kraft darstellt. Aber unter den gegebenen Umständen, ne, Mord an Frau und Kind ist nichts, was man wegdiskutieren kann. Ähm, nur ganz schwere Karten hat, um, äh, um Caesar seinen Plan auszureden. Der natürlich eigentlich völlig bekloppt ist, im Alleingang da, ne, sich auf den Weg zu machen. Na klar, am Anfang bekommt er ein paar treue Leute, die sich ihm anschließen. Ähm, er will eigentlich keinen dabei haben, aber, ne, das kennt man ja auch aus diversen Erzählungen. Und es gibt dann einige, die lassen sich's nicht ausreden. Die Gefährten. Gefährten, danke, ja, das Wort. Herr der Dinge. Es, es ist vieles drin, was man kennt. In dem Kontext natürlich so nicht. Und, ähm, und letztendlich ist natürlich das Schöne, dass diese ganze Trilogie ein, eine große, ein großer Appell einfach ist, äh, über, über sowas nachzudenken. Über, über, über Trennendes, über Verbindendes, ne, unter der großen Oberfläche einer, einer brillanten Unterhaltung wird ja davon erzählt, ne, wenn wir uns nicht die Köpfe abhacken oder einhauen, dann, äh, lebt sich's eigentlich ein bisschen gemütlicher. Finde ich jetzt nicht verkehrt, als wenn man schon mal das Wort Message... Ist die richtige Prämisse, ist die richtige Prämisse oder Message, genau. Hat, kann man, kann man, würde ich durchaus unterschreiben, so. Ja, ähm, ja, also ich glaube, es ist ein würdiger Abschluss und es deutet auch nichts darauf hin, dass es, äh, ich glaub, bei der ersten, äh, Kinoreihe gab's mehr als drei Teile, ne? Deutlich. Da gab's nochmal ein paar, paar verunglückte Nachläufer, denen man aber auch keine Träne nachweint. Ganz genau. Zumal, zumal aber auch wirklich die Story jetzt nicht mehr deckungsgleich ist. Da, da hat man sich ja ziemlich schnell, ne, auseinander bewegt. Ist ja auch nicht verkehrt, warum soll man immer alles ein Alte nacherzählen, ne? Nein, finde ich auch, finde ich auch richtig, finde ich absolut richtig. Äh, man muss da jetzt nicht so ein Zitatenrein draus machen, dafür war es nicht, äh, wichtig genug, um, um jetzt diese ganzen Zitierfehlen-Sachen da noch reinzuballern, sondern man hat eine sehr schöne, eigenständige, dreiteilige, kompakte Geschichte geschaffen. Mhm. Ja. Sehr gut. Und der Ring, der Ring wird nicht in den Vulkan geworfen, das sag ich dir jetzt schon. Aber auch nicht der Affe. Mhm. Ähm, das sag ich dir nicht. Okay, okay, alles klar. Also ich, ich freu mich weiterhin drauf. Ich, also das sind für mich jetzt, also, äh, auf den Spinnmann freu ich mich, aber auf den Affenkrieg auch. Ja, absolut. Das sind so die nächsten Highlights. Sehnswert. Und jetzt am Donnerstag startet ja noch Ich und Einfach unverbesserlich 3D, den werde ich mir, denke ich, auch anschauen. Kann ich dir auch empfehlen. Also, äh, ich werde da einiges auch noch zu sagen, aber ich kann auch jetzt schon mal ein bisschen andeuten, ähm, das ist für mich wirklich die pure Unterhaltung. Was, was dort wieder veranstaltet wird, ist intelligent, ist humorvoll, hat Tempo und, ähm, ich, ich würde sagen, es war nicht eine Minute zu lang. Ja, und ich glaube, das hat, das 80er-Jahre oder dieser 80er-Jahre-Charakter, den man in dem Trailer aussieht. Das ist ein Clou. Ne, ich wollte gerade sagen, das spricht natürlich auch gerade uns dann vielleicht mal die Älteren an, vielleicht an der Stelle ein Ticken weniger mal aus, man weiß, die kleineren Kinder, aber für die ist wahrscheinlich trotzdem noch lustig, weil es vielleicht Slapstick ist. Super lustig. Aber wir verstehen halt noch andere Gags, die dahinter stecken, so stelle ich es mir jedenfalls vor. Genau das ist eine der intelligenten Ebenen, weil, weil dieser, dieser ehemalige 80er-Jahre-Kinderstar, der immer einen bösen Jungen gespielt hat, dann wegen Pubertätsgründen aussortiert wurde, dadurch seinen, seinen psychologischen Knacks bekommen hat und sich gesagt hat, ich werde Hollywood jetzt vernichten müssen. Und in kompletter 80er-Jahre-Montur, zu 80er-Jahre-Musik, mit 80er-Jahre-Frisur, mit 80er-Jahre-Waffen, in Anführungsstrichen, da den Kleinkrieg erklärt, während unser lieber Gru sich einfach partout nicht dazu bereit erklärt, diesen Job zu übernehmen, zumal er in seiner Organisation rausgeworfen wurde. Ja, die Minions kündigen doch auch, oder? Ja, die Minions sind sauer dann auf ihn, weil er dann nicht sozusagen zum Bösen, zu ihrer Spaßdisziplin zurückkehrt und wenden sich von ihm ab, landen umgehends im Knast, traumhafte Sequenzen dort, während er Kontakt, nimmt jemand Kontakt mit ihm auf, von dem er nicht wusste, dass es ihn gibt. Sein Zwillingsbruder. Und der hat alles, was er nicht hat. Scham, unendlich viel Geld, lockiges, wallendes, blondes Haar und eine endlos große Villa mit schönen Autos vor der Tür. Und er will ihn aber unbedingt kennenlernen, auch so ein bisschen Family-Touch. Großartig, wie da zwei unterschiedliche Gru und, ich weiß Gott, wie heißt der andere? So ähnlich. Dru. Gru und Dru, genau. Und er himmelt ihn an, weil er weiß, er ist ein großartiger, begnadeter Bösewicht. Ob er ihm das nicht so beibringen kann, so ein bisschen völlig naiv, weil er möchte eigentlich das haben, was sein Bruder hat. Und weil es jetzt aber eine Aufgabe gibt, lässt er sich noch einmal bereitquatschen, okay, dann kümmern wir uns jetzt um diesen 80er-Jahre-Fiesling und du kannst mir dabei assistieren. Und der Rest ist Slapstick, witzige Ideen und immer wieder diese 80er-Jahre-Punches, wo du sagst, ah, genau, super. Du erwischst dich ständig dabei, wie du vor dich hin nickst und grinst dabei. Es sind nicht nur die Schulterpolster und es ist wirklich brandvoll bis oben hin mit Details und Gags. Und das ist das, was mich so begeistert, wie viel man an Unterhaltung in so einen Film reinkriegt. Und vor allem für den dritten Teil. Das ist mehr als so manche Fernsehserie in der Staffel schafft. Aber die schlechten natürlich. Ja. Und wie Oliver Rohrbeck die beiden synchronisiert hat und ob er vielleicht auch mal durcheinander gekommen ist zwischen Gru und Ru, das hören wir jetzt. Du hast ja eine Doppelrolle, nehme ich mal an, dass du das auch beides gesprochen hast. Den Zwillingsbruder und, also Gru und... Gru, genau. Wird man da irgendwie schizophren, weil die haben ja schon ein bisschen unterschiedliche Stimmen. Oder kommt es auch mal vor, dass man so, ohne es zu merken, so die Rollen vertauscht beim Einsprechen? Wir haben das tatsächlich so gemacht, dass ich erst komplett Gru gesprochen habe. Und dann haben wir uns auf Dru konzentriert und da konnten wir dann sozusagen immer die Nuancen finden, dass der anders klingt. Man hört natürlich, das ist ein Zwillingsbruder, der hat eigentlich die gleiche Stimme, ist aber vom Charakter doch anders. Und dadurch klingt er auch anders. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, dass die sich voneinander absetzen. So, so, seid ihr zwei jetzt etwa schon? Ich meine, hallo, mein Schatzchen. Oh, oh, voller Wäsch. Und gab es nicht viele Outtakes, wo man immer wieder im Hintergrund die Regie hört, du bist jetzt aber, vergiss nicht, wer du bist. Das ist ein paar Mal passiert, besonders in der einen Szene, wenn sie sich als der jeweils andere ausgeben und verkleiden. Also da sind wir alle völlig durcheinander geraten. Da musste ich dem Regisseur auch einmal sagen, nee, ich bin doch jetzt gerade der und der Stimme. Also wir haben gerungen. Es ist aber umso lustiger geworden, glaube ich. Outtakes gibt es trotzdem immer viele, gerade wenn man auch Gu spricht mit dem Akzent. Dann sagt er, oh, jetzt hast du ein bisschen zu viel Akzent gemacht oder da musst du noch ein bisschen mehr Akzent reinkitzeln. Oder man spricht den Akzent und der kommt dann doch nicht geläufig über die Zunge. Also verhaspelt man sich und man muss das Ganze nochmal und nochmal machen. Also das ist normal. Bist du denn da ein angenehmer, sage ich mal, Mitarbeiter, da du ja selber auch Regie durchaus machst bei solchen Synchro-Produktionen oder Audioproduktionen? Das fällt dir nicht eben leicht, so eine Rolle schon aus der Bestimmerposition zu kennen, sage ich mal? Nö, ich bin da geduldig und handzahm. Und ich weiß, man braucht als guter Schauspieler einen Regisseur, der einen führt, auf den man sich auch verlassen kann, der einem dann sagt, nee, da musst du ein bisschen mehr und da ein bisschen weniger und da musst du noch emotionaler werden. Da muss ich mich drauf verlassen können und insofern weiß ich, dass mein Kollege Frank Schaff, der macht das ganz hervorragend und da sind wir hier, weil ich einfach und verbesserlich ein gutes Team. Wenn du jetzt eine Nacht mit den Minions verbringen könntest, wie sähe das aus, was würdest du dann mit denen machen? Ich weiß es. Kegeln gehen. Genau, dann könnten sie sowohl die Kegel darstellen, als auch vielleicht jemand sich zur Kugel formen. Ich würde kegeln gehen. Siehst du, die sollten dich auch mal in die Drehbuch-Team mit aufnehmen, da wäre ich direkt am Start. Ich danke dir. Ebenfalls. Ciao. Ich habe dich hergeholt, um das Familiengeschäft weiterzuführen. Du bist Schurke mit Leib und Seele. Ich habe dieses Leben hinter mir. Ich verstehe. Wozu ist das wohl gut? Ich finde den dritten Teil mindestens genauso genial wie den ersten und den zweiten. Ich finde, der reiht sich super ein. Der ist wieder sehr, sehr lustig. Und ich finde, mit dieser Zwillingsgeschichte, dass dieser Drew auftaucht, machen die nochmal ein neues Fass auf. Und ich war natürlich gespannt, wie es weitergeht mit Lucy und Gru jetzt als Ehepaar mit den Kindern, wie die das so meistern. Und insofern ist es nochmal so ein bisschen familiärer, auch mit den drei Mädels. Es geht so ein bisschen mehr ans Herz, habe ich das Gefühl. Auch wenn da wieder Action ist ohne Ende und die Minions irgendwie im Knast landen und der durchgeknallte Zwillingsbruder auftaucht. Aber es hat ein bisschen mehr Tiefgang. Ich wollte gerade sagen, die Familie ist ja den weitesten Teil des Films über zersprengt. Meine Rolle ist irgendwie ganz allein mit den Mädels, muss irgendwie gucken, wie sie zurande kommt und sich in dieser Mutterrolle erstmal einfinden. Und versucht hat, alles richtig zu machen und macht aber erstmal alles falsch. Und die beiden Brüder sind da ja unterwegs und haben Spaß. Und daran muss sie sich auch erstmal gewöhnen, weil er eigentlich nur unterwegs ist. Ich meine, unterschreibt man da direkt so einen Rentenvertrag vom ersten Film an oder fragen die jedes Mal aufs Neue, hey, da kommt noch einer, bist du wieder dabei? Ich weiß nur, dass ich dabei sein will. Also ich hoffe jedes Mal, dass die mich nicht austauschen, sondern dass ich weiter Lucy sprechen kann. Also ich hoffe, es gibt einen vierten, dass sie sich nicht scheiden lassen, die beiden, dass die Ehe funktioniert. Und in der Regel, also ich als Sprecher und Schauspieler, ich freue mich natürlich, wenn es weitergeht. Wenn es irgendwie die Möglichkeit gäbe statt, das so als CGI-computergenerierten Film zu machen, das mit Kostümen mal vorzuführen, wärst du da auch am Start? Ich darf heute in die Jacke schon mal schlüpfen. Ich habe nachher ein Fotoshooting mit Oliver Rohrbeck zusammen und da bekommen wir die Kostüme an. Ich weiß noch nicht, wie die aussehen, aber diesen langen türkisen Mantel bekomme ich an. Mal schauen. Das ist noch nicht vorbei! Happy Birthday, lieber Dan! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Erzähl doch mal ein wenig von deinem Werdegang. Hast du das gelernt, dass Filme kritisieren? Wenn ja, wo kann man das? Nein, ich glaube, es ist kein Lehrberuf. Letztendlich darf und kann das auch jeder, der sich dafür interessiert. Ich denke, es ist ähnlich wie vielleicht heiraten. Man muss es nicht lernen, man muss es wollen, man muss sich dafür begeistern oder für alle anderen Dinge, bei denen Herz mit reinspielt. Ich habe irgendwann mal Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert. Ich habe Publizistik und Kommunikation studiert. Nur zwei andere Fächer, die jetzt nicht zur Sache tun. Ich habe am Theater gespielt. Ich habe selbst an Theaterproduktionen mitgearbeitet, Backstage. Ich habe viele Jahre in kleineren Rollen beim Fernsehen mitgearbeitet. Es ist einfach meine Liebe zum Film. Und der Rest ist wie so auf dem Leben reiner Zufall. Ich habe in Bochum während des Studiums eine Zeitschrift gegründet, einige Leute. Und wollte uns um das Kulturleben in Bochum und an der Uni kümmern. Und irgendwie aus Liebe zum Film sagte ich, ja, und die Kritiken schreibe ich. Und dann hat man sich irgendwie darum bemüht, dass man eingeladen wird zu den Pressevorführungen. Und ihr könnt es ja nachher irgendwann mal googeln. Es gab dann irgendwann einen Film, den ich heute schon mal erwähnt habe, nämlich den Club der Toten Dichter. Bei der Einladung ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt. Inzwischen weiß man, dass das ein großer Filmklassiker eigentlich ist. Aber da fährt man dann dahin, ist irgendwie ziemlich geplättet von dem, was man da sieht. Es wühlt einen auf. Man fährt gedankenverloren nach Hause und fängt an zu schreiben und merkt, dass da mit einem was passiert ist. Und das war der Beginn dafür, dass ich das auch beruflich dann weiterverfolgt habe. Ich habe dann bei der zweiten NRW-Lokalstation, die eröffnet wurde, das war Antenne Ruhr für Mülheim und Ruhr, angefangen Radio zu machen. Habe mich da auch ein bisschen freistrampeln müssen von den Taubenzüchtervereinen etc. Und mich dann mehr Richtung Film, Filmkritik und solche Sachen entwickelt. Ich habe da zehn Jahre lang eine Filmsendung an jedem Wochenende gemacht. Ich habe es nachher auch für andere Sendungen, Filmbesprechungen gemacht, ob in Duisburg, in Bochum, ob in Dortmund, wo ich immer noch Filmbesprechungen mache. Ich habe für den WDR zeitweise gearbeitet, einige Jahre für den Hessischen Rundfunk. Sporadisch auch schon mal was im Deutschlandfunk veröffentlicht. Ich habe für Zeitschriften geschrieben, Ruhrgebietsmagazin, die es heute nicht mehr gibt. Und es hat mich immer wieder begleitet, das ganze Thema. Und ich habe es nie sein lassen. Und es ist, ich muss es allerdings auch sagen, ein hartes Brot. Denn A, darf es nicht nur jeder, sondern es machen auch viele. Und auch viele, die es besser nicht tun sollten, aber die dann vielleicht die besseren Kontakte haben. Und trotzdem bist du zu uns zu Gast gekommen. Ja, natürlich. Und das auch gerne und sehr gerne sogar. Weil ich, ihr merkt ja auch so ein, ja ich bin so ein Triebtäter. Ich brauche das, ich möchte darüber reden. Ich möchte mit Verstraten wie euch über Filme reden können. Ja, vielen Dank. Aber genau das war einer der Gründe, warum wir damals die Cinecast gegründet haben. Weil wir einfach halt auch selber mitreden wollten und eine eigene Meinung hatten. Und ja, das war damals genau der Grund. Wir haben halt andere gehört und haben gesagt, das können wir besser oder mindestens genauso gut. Und ja, deswegen gibt es uns halt auch jetzt schon so lange. Und wir freuen uns wirklich halt, da auch dich jetzt hier endlich mal live dabei zu haben. Und ja, ansonsten gibt es denn irgendwelche besonderen PV-Erlebnisse? Also wir hatten vorhin schon mal einmal den Ausfall von einem, naja mehr oder weniger Projektor, dadurch, dass der Schlüssel nicht da war. Aber gab es sonst irgendwelche spannende oder interessante Geschichten aus dem Bereich? Wenn man so einen Job jetzt seit, ich überschlag es mal grob, über 30 Jahren macht, dann, oder über, ich weiß es gar nicht. Ich sagte gerade schon, Zeit ist im Augenblick für mich kein Thema. Es ist, dann sammeln sich natürlich im Laufe der Jahre auch viele tolle Ereignisse, auch viele schöne Ereignisse. Und manchmal zuckt man zusammen, wenn man so wie heute Terminator 2 sieht und sagt sich, oh, das ist ein Vierteljahrhundert her, da hast du den schon besprochen gehabt. Oder es sind auch die tollen Interviews, wo wir gerade welche gehört haben. Man lernt Menschen, für den kleinen Zeitraum vielleicht auch nur, aber mal kennen und kann im Nachhinein sagen, ey, ich habe mit Jack Nicholson schon mal geplaudert, ich habe Tom Hanks gesprochen, Ich habe mit diesem und jenem mal Kontakt gehabt und viele dieser Begegnungen sind beeindruckend. Einige auch im negativen Sinne, weil es langweilig war oder wirklich runtergespulte PR. Aber es sind sehr viele dabei, wo man sagt, das ist so ein bisschen, das sind jetzt die Rosinen deines Jobs. Wann hättest du sonst mal Gelegenheit gehabt, hier zu sitzen? Und was weiß ich, nehmen wir zum Beispiel Jean Reno, der einem im Gespräch in die Augen schaut, die Hand in den Nacken legt, anfängt einem den Nacken zu kraulen und einem die Antwort gibt. Hätte ich mir vorher auch nicht malen können. Oder wenn man mit irgendeiner Filmschönheit im Hotel auf dem Sofa zusammensitzt und sie sagt, ich bin so ein bisschen ermattet, ob ich mich mal ein wenig ausstrecken dürfte, also sie. Und plötzlich liegt neben einem auf dem Sofa Andy McDowell und man denkt, ja, jetzt brauche ich nur noch die Fernbedienung für den Fernseher und eine Tüte Chips und ich bin im Himmel. Aber das sind so Momentchen, auf die man nicht hinsteuern kann, aber an die man sich einfach super gerne erinnert. Sind denn da auch Kontakte geblieben? Es gab zeitweise einige kleinere Kontakte, aber jetzt nichts, worüber man großartig reden müsste. Interessant ist, wenn man einige Leute immer wieder mal trifft. Es gibt Leute, die man bei verschiedenen Produktionen interviewt. Immer wieder schöne Interviews gibt es mit Will Smith. Also dafür würde ich bezahlen im Grunde genommen, um bei so einer Pressekonferenz oder in so einem Interview mit ihm mal zu landen. Weil das ist witzig, spontan und albern. Es ist toll, mit einem George Clooney zu plaudern. Oder wenn man Jeff Goldblum interviewt und der guckt einen an, schaut einem ins Auge und sagt, hey Peter, wann war es nochmal, wir haben, das muss vor drei Jahren gewesen sein. Und man denkt, verdammte Hacke, kann das sein, dass dieser Mann sich an mich erinnert? Das ist schön, ne? Nein, nein, das Schöne ist, der Mann ist ein super Schauspieler, denn kurz danach, also nachdem wir eine Weile gesprochen haben, meinte er, ja, vor drei Jahren war ich das erste Mal hier. Okay. Das kann nur da gewesen sein, aber ein Traum. Also wirklich, ich könnte jetzt wirklich ein paar Stunden lang, mir wird immer was Neues einfallen. Also es sind jetzt keine Sachen, die ich mir irgendwie aufs Kopfkissen sticke oder auf die Visitenkarte schreibe. Aber man schwelgt halt gerne in solchen witzigen Erinnerungen oder in tollen Begegnungen oder in Situationen, wo man sagt, es war schön oder erhellend, mit diesen Menschen so sprechen zu können. Es gab ganz viele Situationen, häufig mit Leuten, die man vielleicht heute auch nicht mehr kennt, Schauspieler oder neue Regisseure, die mir, und das hat mir sehr viel Freude gemacht, gesagt haben, dass sie sich sehr gerne mit mir unterhalten haben, weil sie dann doch schon gemerkt haben, ich mache das nicht, weil ich hierhin bestellt wurde, sondern weil ich auch Fan bin, Freak bin, weil ich den Film liebe und weil ich den Film aus so vielen Richtungen, eben als Fan, als Liebhaber des Films, als jemand, der den ganzen Käse studiert hat, der auf der Bühne das Schauspiel kennengelernt hat, der auf Fernsehkameras und auch Kinokameras gestanden hat, ich will einfach dieses Bild komplett kriegen. Ich will nicht als nur Klugscheißer da sitzen und sagen, hat mir nicht gefallen und jetzt sage ich euch das. Interessiert keine Socke. Also meine Meinung, sie lässt sich nicht raushalten, aber ist nicht das, um was es wirklich geht. Ja, also manchmal gibt es das ja. Ich habe das hier beim Steven Goethe mitbekommen, der zum Beispiel einen guten Draht dann zu Tom Cruise aufgebaut hat, der mittlerweile, glaube ich, der Einzige ist in Deutschland, mit dem Tom Cruise überhaupt noch Interviews führt, wenn er hier ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber er hatte ja sogar mal eine Gastbildrolle, nenne ich es mal, im Mission Impossible. Also da gibt es schon manchmal so diese Verbindungen zwischen Interviewer und Star oder Regisseur. Wäre aber schlechter Journalismus, wenn man das einfach mal so sagt. Also es geht hier zwar nicht um den Weltfrieden, aber im Journalismus sollte man eine gewisse Restdistanz immer bewahren. Man sollte sich auch nicht einbilden, dass man mit den Leuten per Du ist, auch wenn die Amerikaner keinen Sieg kennen oder die Engländer. Nein, aber es ist ein professionelles Aufeinandertreffen, das unter hoffentlich guten Voraussetzungen ein nettes Gespräch mit Informationen dazu kommt. Und manchmal hat man das Glück, dass die Interviewten auch sagen, ich habe hier was erfahren über die Mentalität der Leute oder wie man diesen Film auch sehen kann. Oder diese Frage hat mich inspiriert, mal darüber nachzudenken. Oder das ist ein toller Aspekt. Das freut einen natürlich. Aber guter Journalismus heißt, man macht sich auch mit guten Dingen nicht komplett gemein. Sprich, man glaubt nicht, man gehört dazu. Das wäre dumm. Ich bin kein Star und diese sogenannten Adelsexperten sollten auch nicht glauben, dass sie zum Hochadel gehören. Und als Sportreporter sollte man auch nicht meinen, dass man die 100 Meter in 10 Sekunden schafft. Nein, wir sind Menschen, die jemandem, der nicht dabei war oder noch nicht im Kino war, irgendwie erzählen können, was passiert, was kann man erwarten, wie wird es wahrscheinlich sein. Und ihr wisst es ja selber, man kann zum Beispiel einen Film rein analytisch so zerlegen und auch kritisch und so neutral, wie es irgendwie auch noch machbar ist, auseinanderpflücken und bewerten. Aber das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, wie wirkt er? Hat er Spaß gemacht? Erfüllt er Erwartungen? Und auch diese beiden Seiten immer wieder aufs Neue zusammenzubringen. Es wäre dumm zu glauben, man wäre objektiv, erst recht nicht im kritisierenden Gewerbe, wo Filmjournalisten ja nochmal auch reingehören. Es wäre wirklich dumm, das zu glauben, aber es offen zu tun, nachvollziehbar zu tun. Und wenn ich sage, ich fand ihn witzig, weil, dann kann man selber seine Meinung bilden und sagen, ach ja, sowas mag ich auch. Oder wenn ich sage, ich mag zum Beispiel, wir hatten es gerade halt, Wonder Woman, aus den und den Gründen ist er für mich nicht so ansprechend, dann ist das für mich so. Dann kann man das entweder nachvollziehen oder sagen, die Pfeife, ich lege da keinen Wert drauf. Also das ist der Anspruch, mit dem ich mich seit Jahrzehnten versuche, auseinanderzusetzen. Wird wahrscheinlich auch nicht fertig werden, aber ich freue mich über jede neue Aufgabe. Ja, wobei das mit dem Kritisieren an dieser Stelle ja dann auch nochmal spannend wird, wo ich zwischendurch und auch so zwischen den Zeilen immer wieder mal höre, dass die eine oder andere PR-Abteilung eines Verleihs in Deutschland durchaus mal, sagen wir, darauf hinweist, dass es ihnen sehr gut gefallen würde, wenn aus einer bestimmten Richtung eine Besprechung mit einer, sagen wir mal, dezent positiven Färbung dann stattfindet und vor allem dann auch, das sagt natürlich niemand so, aus verschiedenen Richtungen man das Gefühl bekommt, dass das auch gerne dann mal angenommen wird. Also, dass der Besprechende sich dann davon beeindrucken lässt, was er ja eigentlich nicht dürfte. Ist das eine Entwicklung, die mir mit dem Abstand nur so vorkommt? Oder ist es tatsächlich so, dass immer noch versucht wird, auch Besprechungen zu färben? Oder ist das nur bei den ganz großen Besprechern und Kritikern so? Oder ich weiß nicht, du steckst da ja deutlich tiefer drin, als wir das könnten überhaupt. Und da kriegt man doch mit Sicherheit das eine oder andere mit. Ich stecke vielleicht aus zeitlichen Gründen relativ tief in diesem Ding drin, aber klar wird es Unterschiede geben zwischen Stephen Gäthchen, wenn man den positiv beeinflusst und einer Pfeife wie mir, der jetzt hier aus Spaß und Freude solche Dinge nur macht und einen relativ kleinen Kreis hat, den er ansprechen kann. Das ist ein Faktor. Der andere ist natürlich die unterschiedlichen Einstellungen. Ihr glaubt davon nicht ernsthaft, dass wir zu den Pressevorführungen eingeladen werden, damit wir uns einen schönen Film angucken. Für die sind wir PR-Mittel. Für die, die ist ein blöses Wort, aber für die Presseabteilung, die macht PR über uns. Die möchte gerne uns den Film zeigen, in der Hoffnung, dass wir nichts Schlechtes sagen. Oder wenn man schlaue PR macht, wäre selbst eine schlechte Besprechung immer noch besser als keine Besprechung. Ja, ich bin ja ganz bei dir. Ich meine jetzt tatsächlich über genau diesen Teil hinaus. Also ich persönlich bin direkt noch nie so angesprochen worden, weil ich auch nicht letztendlich der Entscheider bin, was kommt in die Programme, die ich bestücke. Wenn ihr und einige Zuhörer haben es vielleicht auch schon mal gemacht, meine Beiträge hören, die letztendliche Auswahl findet zwar unter meiner Beratung statt, bei den Redaktionen, für die ich diese Radiobeiträge mache, aber die Entscheidung trefft nicht ich. Deshalb kann da auch schon mal einer dabei sein, wo man mich erstmal überstimmt und sagt, ich will aber, dass wir diese Woche über diesen und jeden Film berichten. Dann muss ich das machen. Ich bin da auch nur Zulieferer. Die Sache ist ansonsten eher, wie gesagt, so, dass die Funktion des Filmjournalismus in Deutschland ja auch nicht so ist, wie er zum Beispiel tradiert in Amerika oder in Frankreich ist. Da haben die ganz andere kulturelle Stellenwerte. Sonst könnte da auch ein Truffaut nicht vom Kritiker zum vielleicht einer der bekanntesten Regisseure Frankreichs werden. Und in Amerika gibt es ähnliche Karrieren. In Deutschland gibt es eine gewisse Abschätzigkeit dem Feuilleton gegenüber. Und das merkt man in einigen Zusammenhängen, wird man dem schon gewahr, dass man für die Filmfirmen letztendlich ein Faktor bei der Vermarktung eines Films ist. Wenn man grandios zu einem Interview eingeladen wird, ist das für uns eine Freude, ist das eine Gelegenheit, unseren Job noch ein bisschen intensiver zu machen. Man muss aber, wie gesagt, auch da aufpassen, dass man durch die freundliche Einladung, die ist ja meistens damit verbunden, dass man da hingekarrt wird, sich nicht schon positiv beeinflussen lässt. Da muss man nochmal die Eier haben, wenn man einen Film wirklich schlecht findet, sozusagen so. Auch wenn die danach vielleicht sagen, was hast du da gemacht? Mir ist es schon passiert, dass strunznormale Pressebetreuer, die nun wirklich nicht viel zu sagen haben, außer schönen guten Tag, dass sie da sind und eine Liste führen, wer da war, dass die beim Rauskommen gefragt haben und wenn die nicht gut drauf sind, auf eine negative Kritik es einem persönlich genommen haben. Ich habe irgendwann letztens, ich weiß wirklich nicht mehr, welcher Film es war, auf das, wie war es, von der Pressebetreuung gesagt, möchtest du erst die positiven oder erst die negativen Dinge wissen? Weil so eine Sekunde nach Filmende ist man noch nicht wirklich druckreif. Aber alleine, dass ich das nur erwähnt habe, dass ich eventuell auch was Negatives sagen könnte, ist in diesem speziellen Fall, das ist wahrlich nicht immer so, irgendwie mit einer langen Fresse und einem Ach, irgendwie beantwortet worden. Und ich dachte ja, auch ein Blickchen mal, das war noch gar nicht gesagt, ich könnte nur Schlechtes sagen, sondern es sind mir wirklich Dinge aufgefallen, die ich angenehm fand und Dinge und dann muss ich darüber nachdenken, dann muss ich auch schreiben, dann muss ich formulieren, dann muss ich nochmal einen Tag später darüber nachdenken. Darüber reden hilft übrigens auch viel, sich unterhalten. Das bildet viel Meinung. Ja, eben. Und das ist auch sehr angenehm für mich. Aber dass einem da das persönlich genommen wird, dass man eine Meinung hat, ist zum Glück selten der Fall. Aber man merkt dann deutlich schon, was deren Auftrag ist, an der Vermarktung eines Films mitzuarbeiten. Und nicht dafür zu sagen, dass Filmjournalisten einen schönen Vormittag haben. Ja, genau. Okay, super. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir dich zu Gast hatten. Ich hoffe auch. Es hat viel Spaß gemacht. Genau, können wir nur so weitergeben. Es hat uns auch viel Spaß gemacht. Es macht immer Spaß, mit jemandem zu sprechen, der genauso viel Leidenschaft und Liebe für den Film wie wir halt mit in diesen Podcast reinbringt, zu reden. Also es macht riesen Spaß. Und ja, du bist wieder eingeladen. Das werden wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Vielen, vielen lieben Dank. Jederzeit gerne. Ja, gut. Nein, ich komme nicht gerne und auch gerne bald, wenn die Gelegenheitsergebung braucht, zurück. Das dürft ihr aber steuern. Wir sind ja sowieso. Sonst klicke ich mich jede Woche ein. Wir sind ja sowieso in regelmäßigem Kontakt, auch über die Tatsache, dass wir uns über deine Beiträge auch ein bisschen sozusagen bei dir einschleimen, die dann auch nochmal unter unseren Hörern etwas weiter verbreiten. Es sei hier auch gerne nochmal erwähnt. Ihr dürft gerne auch bei dem Soundcloud-Account von dem Peter, der da der Movie-Dick ist, gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke das hier an der Stelle nochmal. Dann könnt ihr da auch die Dinge hören, immer wenn es spannende Dinge gibt bei dir, die zu unseren Themen gerade passen. Das hast du ja in der Vergangenheit auch schon mitbekommen, verlinken wir und auch schneiden wir ja deine Beiträge dann auch gerne bei uns in die Folgen. Das würden wir natürlich auch gerne so weitermachen. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit, mit der wir hinter uns aufräumen können. Ja, also nochmal herzlichen Dank für das Feedback. Vor allem, wir haben ein paar sehr lustige Einsendungen gesehen zu unserem Gewinnspiel in der letzten Folge. Da waren ein paar ganz interessante Kommentare und so dabei. Wir haben verhältnismäßig viel Rückmeldung auf meine Anfrage bezüglich Live-Sendung bekommen. Das habe ich vorhin schon mal kurz gesagt. Ich habe auch gesagt, dass wir uns überlegen, ob wir in der nächsten Folge dann mit dem Marco, wenn alles klappt, dann die Folge 60 auch live für euch machen. Und in dem Zusammenhang würde ich ganz gerne für die iOS- und macOS-User noch eine Kleinigkeit erwähnen. Ich kenne den Kollegen nicht. Ich hatte auch noch keinen Kontakt zu ihm. Das ist auch kein Product Placement. Ich habe selber nur mal reingeguckt, weil es ganz wunderbar mit den neuen Live-Features zusammenfällt. Es gibt für iOS und Mac eine App, die heißt PodLive. Die klebt direkt auf der Technik, die wir hier auch für die zukünftigen Live-Sendungen benutzen. Da gibt es eine Liste von Live-Sendungen, die ihr euch angucken könnt. Da könnt ihr Favoriten setzen. Ihr könnt auch direkt in der App auf dem Telefon, in den Chat. Ihr könnt sehen, was da gerade Phase ist. Auch die pusht auch Notifications, wenn wir gegebenenfalls live gehen. Also wie gesagt, da gibt es jede Menge spannende Dinge zu sehen. Die Kollegen von MinCorrect senden da schon regelmäßig. Auch der Tim Pridloff ist mit einigen seiner Applikationen. Ja, wir sind da schon drauf, mein Freund. Auf der Webseite. Ich habe schon alles vorbereitet. Es ist alles vorbereitet. Auch die Metadaten stimmen schon. Wir können einen Chat benutzen in diesem Teil. Also rein technisch sind wir vorbereitet. Wir müssen auch nur gucken, ob wir das Ganze auch irgendwie zur Verfügung stellen können für jemanden, der kein Apple-Gerät. Selbstverständlich. Du kannst auf eine Webseite. Ach so, okay. Wir werden immer, wenn wir live gehen, das ist nicht nur auf dem, nein, nein, diese App ist zusätzlich, Jan. Da hat sich jemand an diese Technik drangehängt, hat die API genommen von diesem Live-Chat und hat eine App draus gebastelt, dass man das da drin dann steuern und seine Lieblings-Podcasts und so weiter auch hören kann. Ich werde zu den Live-Folgen immer auch über Twitter und über Facebook und so weiter werde ich den Kurzlink für die Webseite verschicken. Ich glaube, man kann das sogar auf der Webseite direkt noch irgendwie Player-mäßig irgendwie integrieren. Vielleicht schaffe ich das bis dahin auch mir nochmal genauer anzugucken. Okay, cool. Also da können wir auf jeden Fall was machen. Wir haben es noch nicht gemacht. Wir müssen auch rausfinden, ob wir damit zurechtkommen, wenn wir zwischendurch noch einen Chat oder sowas beobachten. und wir werden sehen. Ich habe es ja schon gemacht über, wir haben ja schon mal, ich habe vor zwei Jahren den Live-Podcast gemacht bezüglich, ach, während des Oscars. Ja, das hat ja... Wegen der Oscar-Versammlung. Ja, ich entsinne mich dunkel an. Da hat es funktioniert, also auch, dass man den Chat einbindet. Eine dunkle Stunde des Podcastings. Aber grundsätzlich... Aber die App kostet Geld, ne? Ja, die App kostet Geld. Aber wie gesagt, ich habe nichts damit zu tun. Ich bin den Kollegen auch nicht. Der möchte natürlich seine App auch irgendwie bezahlt haben. Wie gesagt, wer da Bock drauf hat, kann da gerne mal drauf gucken. Wer da keinen Bock drauf hat, lässt es einfach. Wie gesagt, ich habe keinen Kontakt zu dem, nur weil einige mich gefragt haben. Die können trotzdem live dabei sein. Das ist wichtig. Genau, die können auf jeden Fall live dabei sein. Es geht nur als zusätzliche Idee, falls man das ein bisschen kanalisieren will und irgendwie Bock auf iOS-Apps hat, da auch mal einen Euro dran zu schmeißen. Denn das ist es. Wie gesagt, nächste Folge werden wir das mal testen. Super. Und dann gucken wir, wie das ankommt. Und dann werden wir es sehen. Okay. Ne? Da machen wir einen Deckel drauf. Schönen Gruß, lieber Peter. Ich wünsche dir auf jeden Fall, oder wir wünschen dir noch einen schönen Abend. So. Vielen Dank. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Absolut. So oder so. Und wir sehen uns wieder mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja zu Terminator und sonst allerspätestens zu Star Wars. Soweit sind wir ja nicht auseinander. Da können wir schnell mal irgendwie was kurzfristiges bestimmt hinbekommen. Wäre schön. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend und nach allen Zuhörern, ja, viel Spaß im Kino. Alles klar. Dann machen wir hier an dieser Stelle auf die Folge 59 einen Deckel. Wir verabschieden uns bei euch. Vielen Dank fürs Zuhauen. Ist ja wieder inklusive Einspieler auch mal wieder eine längere Veranstaltung geworden. Ja. Und ja, bis dahin. Macht es gut. Keep watching. Keep watching. Tschüss. .